Wir sind heute, wie wir so schön sagen, in der großen Halle des Volkes untergebracht, weil wir in den Fraktionssitzungssaal nicht kommen konnten, obwohl wir alles auch mit Aufzügen erreichen können, barrierefrei. Aber für den Fall, dass ein Stromausfall entstanden wäre, hätte man Menschen ausbilden müssen, zur Verfügung stellen müssen, die dann die Rollstuhlfahrer evakuieren können, Treppen runterbringen können. Der Fall tritt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht ein. Aber so ist es in unserem Land für den Fall, dass er eintritt, müsste alles vorbereitet sein. Und dieser Aufwand war so gigantisch, dass wir uns entschlossen haben, hierher zu gehen. Und es gibt auch ein schönes Ambiente. Ich freue mich, dass wir uns mit diesem Thema so intensiv beschäftigen. Und das Thema Inklusion hat ja eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ein Teil dessen, was Inklusion bedeutet, können Sie auch heute hier erkennen. Wir haben Gebärdensprache. Für diejenigen, die etwas schwerer hören, das wird Politikern manchmal auch nachgesagt, für Gehörlose und die, die schwerer hören. Ja, aber auch für die, die schwerer hören, kann man Gebärdensprache machen und natürlich auch noch andere technische Möglichkeiten. Ich habe ein großes Zentrum für schwerhörige Gehörlose in meinem Wahlkreis und bin deswegen mit denen ständig unterwegs und haben da großartige Einrichtungen. Wie wichtig dieses Thema uns ist, zeigt sich auch schon daran, dass der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, heute bei uns ist und daran teilnimmt. Er hat in seiner Familie eigene Erfahrungen mit Behinderungen. Und lieber Johannes, herzlich willkommen heute bei uns. Einen herzlichen Gruß sage ich auch Karl Schieberling, unserem Behindertenbeauftragten. Er hat diesen, nein, nicht Karl Schieberling, sondern Uwe Schummer. Zum Karl Schieberling komme ich gleich, zu Uwe Schummer, unserem Behindertenbeauftragten. Er hat diesen Kongress gut vorbereitet und er hat auch sehr dafür geworben, dass wir ihn gerade jetzt machen, weil das Thema Inklusion im Augenblick in aller Munde ist und weil wir ja im Bund auch darüber diskutieren, was können wir mehr für Behinderte tun. Und lieber Uwe, herzlichen Dank für deinen Beitrag und für deinen Einsatz und vor allem, dass du auch viel im Land unterwegs bist und Behinderteneinrichtungen besuchst und mit Behinderten sprichst. Danke für deine Arbeit. Und Karl Schieberling, der nachher die Einführung geben wird, den habe ich deswegen schon gleich genannt, weil er unser Sprecher ist für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik und der Arbeitsmarkt ja ein ganz spezielles Thema gerade für Behinderte ist. Ich selber bin Ehrenvorsitzender eines großen psychosozialen Förderkreises und weiß, was es bedeutet, Menschen mit psychischer Behinderung in Arbeit zu bringen, ist manchmal noch schwerer als Menschen mit einer körperlichen Behinderung in Arbeit zu bringen. Und Arbeit ist so besonders wichtig, nicht nur als Strukturierung des Tages, sondern weil sie ein Selbstwertgefühl gibt, wenn ich durch meine eigene Arbeit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann und mit dazugehöre. Behinderte sollen nach unserer Auffassung voll am Leben teilhaben können. Sie sollen Veranstaltungen besuchen können. Sie sollen ganz normal sich im Leben bewegen können und sie sollen auch in den Bildungseinrichtungen ganz normal teilnehmen können. Und dafür muss nun noch einiges getan werden. Aber zur gleichen Zeit sage ich auch, und zwar nicht von der Theorie her, sondern von der Praxis, weil ich eine behinderte Schwägerin habe, eines dürfen wir auf gar keinen Fall machen, vor lauter Diskussion um Inklusion, sonderpädagogische Einrichtungen jetzt so hinzustellen, als ob man sie nicht mehr brauchen könnte. Es gibt eine ganze Reihe von behinderten Menschen. Meine Schwägerin beispielsweise, Trisomie 21, die geht jeden Morgen mit größter Begeisterung in ihre Einrichtung und kommt am späten Nachmittag wieder zurück. Und da freut sie sich drauf, weil dort in dieser Einrichtung kann sie was machen. Da erlebt sie mit Menschen, die ähnlich sind in der Behinderung wie sie. Die könnte aber nie und nimmer, das muss man doch auch einsehen, eine ganz normale Schule besuchen. Das ging beim besten Willen nicht. Und deswegen will ich schon sagen, wenn ich so die Diskussion in der letzten Zeit höre, ich war immer dankbar, dass es eine solche sonderpädagogische Einrichtung gibt, wo meine Schwägerin jetzt schon über 30 Jahre hingeht, wo sie auch teilhaben kann am Leben. Und wir dürfen nicht nur den Eindruck erwecken, als ob jetzt alles mit Inklusion zu machen sei, was Behinderung betrifft. Und ich sage allen denen, die in solchen Sondereinrichtungen als Pädagogen, Erzieherinnen, Mitarbeiterinnen arbeiten, einen herzlichen Dank für ihren Einsatz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, dass die Inklusion noch einmal eine große Herausforderung für uns alle bedeutet. Und darüber wollen wir heute reden. Aber wir wissen vor allem auch, dass trotz aller behördlichen und staatlichen und politischen Maßnahmen der Arbeitsplatz immer auch davon abhängt, dass diejenigen, die keine schwerwiegende oder keine erkennbare Behinderung haben, bereit sind, Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz auch zu akzeptieren. Es ist nicht nur ein Thema, dass Arbeitgeber sagen, wir nehmen niemanden, sondern es ist auch ein Thema, ich weiß, wovon ich spreche, dass eine Gruppe bereit ist, auch jemand mit Behinderung aufzunehmen, ihn zu unterstützen und ein wenig abzufangen. Und deswegen Behinderten einen ganz normalen Platz im Leben zu geben, ist auch eine zentrale Aufgabe einer aktiven Bürgergesellschaft, zu der wir alle gehören. Und auch dafür möchte ich ganz intensiv werben. Ich freue mich also, dass wir diesen Kongress hier durchführen können und darf nun Karl Schieberling bitten zu seiner Einführung. Und er wird auch einen Überblick über das geben, was in der nächsten Zeit in unserer Fraktion an diesem Thema gemacht wird. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Kongress, der ganz liebevoll und engagiert vorbereitet worden ist, nicht nur von Uwe Schummer, sondern auch von Tanja Ergin, die im Hintergrund unglaublich viel gewühlt und gearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass es in einem guten Rahmen hier stattfinden kann. Ich begrüße an der Stelle sehr herzlich den Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, den CDA-Bundesvorsitzenden Karl-Josef Laumann, der wie kaum ein anderer mit dieser Thematik verbunden ist und unglaublich viel Herzblut auch in seiner Zeit als Minister in Nordrhein-Westfalen in diese Debatte hineingesteckt hat und viel auf den Weg gebracht hat. Lieber Karl-Josef, herzlich willkommen. Applaus Die Begrüßung aller anderen wird nachher von Uwe Schummer gemacht, der sozusagen in den Bereich einführen wird und ich freue mich sehr, dass unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder in seiner Art authentisch getragen von eigenen Lebenserfahrungen die Begrüßung gestaltet hat. Sie haben gemerkt, da spricht nicht jemand, der keine Ahnung hat, sondern jemand, der tief verwurzelt ist in die Problemlage, mit denen sich Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen haben. Meine Damen und Herren, was ist die politische Rahmenbedingung? Die Rahmenbedingung ist der Koalitionsvertrag, in dem wir gesagt haben, dass wir die Eingliederungshilfe reformieren wollen, durch die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes. Es ist ein großes Reformvorhaben der Koalition unter dem Überschrift »Nichts über uns ohne uns«. Dabei soll es eine Ausgabendynamik allerdings, das haben wir auch gesagt, nicht wieder entstehen. Und gegen die Befürchtungen der Botschaften in der vergangenen Woche sage ich Ihnen völlig klar und eindeutig, wir werden, die Koalition bleibt dabei, dass wir ein Bundesteilhabegesetz auf den Weg bringen wollen. Das ist nicht ad acta gelegt, auch wenn wir es abgekoppelt haben von der unmittelbaren Frage der kommunalen Entlastung. Aber dennoch bleibt das Bundesteilhabegesetz auf der Tagesordnung unserer Koalition. Dadurch, dass wir es abgekoppelt haben von der Frage der kommunalen Entlastung, können wir uns auf die wesentlichen Fragen konzentrieren. Können wir uns darauf konzentrieren, was eigentlich die Menschen bewegt, die sich mit Fragen von Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Gesellschaft beschäftigen. Wir arbeiten zurzeit in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion an einem Eckpunktepapier zu dem Thema. Das werden wir dann mit dem Koalitionspartner bereden. Wir werden es dann zusammenfügen. Und ich denke, dass unter dieser Entwicklung denn auch einiges auf den Weg gebracht werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitsministerium begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Schmachtenberg, den Abteilungsleiter im Bundesarbeitsministerium für diesen Bereich. Herzlich willkommen. Nämlich parallel dazu tagt eine hochkarätig besetzte Arbeitsgruppe zum Bundesteilhabegesetz im Bundesarbeitsministerium. In insgesamt neun Sitzungen bespricht sie bis Mitte April mögliche Reformthemen und Ziele und wägt mögliche Kompromisslinien ab. Protokolle und Ergebnisse übrigens können Sie, und das ist neu, auf der Internetseite des BMAS nachlesen. Dadurch entsteht eine hohe Transparenz und eine hohe Beteiligungsmöglichkeit. Da werden Sie über den jeweiligen Stand der Erörterung präzise informiert. In diesem Prozess wird allen Beteiligten zunehmend deutlich, dass man so schnell sagt, wir machen ein Bundesteilhabegesetz, aber je intensiver man in diese Thematik einsteigt, umso komplexer werden die Fragen, die damit zu behandeln und zu beantworten sind. Es geht nämlich um vernünftige und kluge Lösungen vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Realität. Es geht darum, weitgehende Kompromissauslotungen im Vorfeld öffentlicher Debatten und es gilt, wie bei solchen Gesetzesmaßnahmen notwendig, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Um was geht es? In der Realität gibt es kontinuierliche Veränderungen. So ist beispielsweise die Zahl der psychisch behinderten Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Neue Konzepte müssen in den Werkstätten für behinderte Menschen erarbeitet werden. Bereits die Definition des Behindertenbegriffs ist schwierig, jedoch für die Gesamtproblematik unerlässlich. Der bisherige Begriff ist veraltert und vorwiegend defizitorientiert. Der neue Behindertenbegriff, wie wir ihn in der UN-Behindertenrechtskonvention haben, setzt dagegen auf den Ressourcen der Menschen mit Behinderungen an. Man muss sich fragen, welche Folgen hat eine Modernisierung dieses Begriffs? Wird der leistungsberechtigte Personenkreis dadurch ausgeweitet? Was könnte dies letztendlich bedeuten? Ich finde das eines der wichtigsten Schritte, nicht darauf zu schauen, was Menschen nicht können, sondern darauf zu schauen, was sie können. Und in meiner Sprache lautet das, keiner kann nichts und keiner kann alles. Jeder kann etwas. Und jeder muss mit seinen Begabungen und Fähigkeiten gefragt werden und muss Chancen und Möglichkeiten haben, sich in Gesellschaft und Arbeitswelt einzubringen. Wir müssen unseren Fachkräften Nachwuchs sichern. Ein großes Thema, das wir unter der Frage von Inklusion vor zehn Jahren noch nicht diskutiert haben. Es ist das Ergebnis einer prosperierenden Wirtschaft, der Nachfrage an Arbeitskräften, eine hohe Beschäftigung, die wir in Deutschland haben, eine sinkende Arbeitslosigkeit. Und jetzt rücken plötzlich viele Gruppen in den Mittelpunkt der Überlegungen, die man bisher mental zumindest ausgeschlossen hat. Und dazu zählen die Menschen mit Behinderungen. Und ich bin sehr froh über diese Entwicklung, weil sie uns die Augen für die Potenziale auch tatsächlich öffnen können. Voraussetzung ist jedoch für die Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und Förderung. Wir können neue Berufsbilder aussehen und wir können auch Teilqualifikationen ermöglicht werden. Auch das sind wichtige Fragen in diesem Prozess. Für viele Menschen sind Werkstätten wichtig, weil sie dort Teilhabe am Arbeitsleben erfahren. Sie haben den Auftrag, zu bilden und zu fördern. Darüber hinaus sollen sie soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Bundesweit arbeiten derzeit rund 300.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen. Ihre Zahl hat sich seit 15 Jahren mehr als verdoppelt. Vielfalt ist jedoch auch die Voraussetzung für Wahlfreiheit. Es bedarf daher mehr gleichwertiger Angebote außerhalb einer Werkstatt, etwa in Integrationsfirmen oder auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Arbeitsassistenz und Unterstützung. Welche erfolgreich erprobte Modelle können wir bundesweit einführen? Auch diese Frage stellt sich uns. Die meisten Leistungen sind an die Einrichtungen für Werkstätten mit behinderten Menschen gebunden. Der Auftrag der Werkstätten, Teilhabe am Arbeitsleben auch auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern, wird noch zu wenig wahrgenommen. Gerade der Eingangsbereich, in dem festgestellt wird, ob die Werkstatt ein geeigneter Ort zur Eingliederung in das Arbeitsleben ist, sowie der Berufsbildungsbereich, die beide von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt werden, müssen verbessert werden. Lässt sich dieses Problem durch ein bundesweit geltendes Budget für Arbeit lösen? Sollte nicht der Eingangsbereich und der Berufsbildungsbereich auch für andere qualifizierte, verlässliche und geeignete Anbieter aus der freien Wirtschaft geöffnet werden? Wäre dies ein vielversprechender Ansatz, vor allem für junge Menschen mit Behinderungen? Die Vermittlungsquote der Werkstätten in reguläre Betriebe ist bundesweit unter einem Prozent. Wie lässt sich der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt verbessern? Wie kann verhindert werden, dass andere sozialrechtliche Ansprüche gemindert werden? Wie wäre ein Rückkehrrecht in die Werkstatt unter diesen Voraussetzungen auszugestalten? Damit habe ich zunächst einmal nur einige Probleme aus dem Bereich Teilhabe am Arbeitsleben aufgezeichnet. Es bleiben weitere wichtige Themenfelder, zum Beispiel die Frage von Einkommen und Vermögen. Eingliederungshilfe darf keine Armutsfalle sein. Wie ist das zu verhindern? Persönliche Entfaltung und Wahlrecht. Teilhabeleistungen müssen sich am Bedarf des Einzelnen ausrichten. Wie könnte ein bundeseinheitliches Bedarfsfeststellungsverfahren aussehen? Vernetzung und Kooperation. Wie könnten kompetente Anlaufstellen für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen und eine Beratung wie aus einer Hand aussehen? Und schließlich, wie können die Kommunen entlastet werden und über welche Wege lässt sich die Vereinbarung, neue Ausgabedynamik zu vermeiden, tatsächlich umsetzen? Vor dem Hintergrund dieses Problemaufrisses, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen, erhalten die drei eingangs genannten Punkte noch einmal besondere Bedeutung. Wir müssen kluge Lösungen finden. Wir sollten so gut wie möglich Kompromisse im Vorfeld öffentlicher Debatten ausloten. Und bei allem gilt, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Meine Hoffnung und meine Erwartung ist, dass durch diesen Kongress wir bei diesem Ziel ein gutes Stück weiterkommen. Viel Freude bei den Beratungen und allen einen herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, die Sie eingeladen und begleitet haben. Und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung, damit wir in einen guten Dialog eintreten können. Herzlichen Dank. Applaus Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter der Inklusion, es sind insgesamt 20 Arbeitsaufträge, die wir im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, die wir in den nächsten Jahren zu bearbeiten haben, in denen wir Teilhabe etwas stärker entwickeln wollen, als es bisher in der Gesellschaft möglich ist. Teilhabe bündet man Menschen in der Arbeitswelt, in Bildung, als auch in Kultur innerhalb der Gesellschaft. 20 Arbeitsaufträge. Das gemeinsame Ziel ist diese Inklusion, der Begriff selber, Inklusion ist sperrig, er ist sehr technisch. Und mir ist es lieber zu sagen, mittendrin, mitten im Leben, nicht parallel, sondern dort, wo das Leben ist, da sind Menschen dann auch besonders mit ihrer Teilhabe gefordert. Und dort sind sie auch zu fördern. Es geht um das barrierefreie Reisen. Wer kennt nicht die Beispiele an Bahnhöfen, in Reisebussen, wenn man mit einem Rollstuhl dann auch unterwegs ist und etwas mehr Platz braucht als andere, etwas mehr Zeit braucht als andere Fahrgäste. Es geht um die leichte Sprache im Umgang mit Behörden bei Bescheiden, zumindest bei der Kommentierung der Bescheide, was uns allen miteinander auch helfen würde, so etwas nachzuvollziehen. Es geht um Innenstädte, die menschengerecht sind, um eine vitalisierende Innenstadt. Und wenn ich mir beispielsweise in Dresden mal eine relativ barrierefreie Innenstadt habe, anschauen dürfen, dann kann man nur sagen, überall wo Treppen sind, da sind auch Aufzüge, da sind auch Rampen. Über diese Rampen, da fahren auch Jugendliche mit ihren Skateboards, da sind auch Radfahrer unterwegs, die sie nutzen können, auch ältere Herrschaften mit ihren Gehhilfen oder auch Mutter und Vater mit dem Kinderwagen und vollgepackten Einkaufstüten. Das heißt, es geht nicht nur um Barrierefreiheit, es geht um menschengerechte Innenstädte. Und wir wollen auch mehr Teilhabe in Betrieben und Verwaltungen. Wir sehen, wie die Schwerbehindertenvertretungen dort ihre Arbeit leisten, in der Bildung, im Miteinander, in der Entwicklungszusammenarbeit auch das Thema der behinderten Menschen weltweit ansprechen und das Teilhabegesetz. 20 Arbeitsaufträge, die wir miteinander in der Großen Koalition formuliert haben. Und aus der Praxis für die politische Praxis wollen wir heute Wege definieren, mit Ihnen besprechen, wie wir dies politisch dann auch umsetzen können. Es wäre eben gut, wenn das Programm, das derzeit läuft, von Seiten des Bundes, 550 Millionen Euro für barrierefreie Innenstädte über die Bundesländer, jetzt auch von den Kommunen, umgesetzt würde. Es wäre hilfreich, wenn das von uns miteinander geplante 15-Milliarden-Programm zumindest für die Kommunen im investiven Bereich, neben Energieeffizienz, neben Verkehrsinfrastruktur, eben auch das Kriterium Barrierefreiheit mit aufnehmen würde. Das wäre ein schwerer Brocken, um dann auch vitalisierende Innenstädte zu schaffen. In der Automobilindustrie wird Alfons Adam anschließend bei uns hier in der Runde mitsprechen. Eine Million anerkannt schwerbehinderte Menschen sind derzeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und gerade die Automobilindustrie steht eben auch für Mobilität. Wie können dort auch schwerbehinderten Vertretungen in besonderer Weise den Interessen einer inklusionsorientierten Arbeitswelt gerecht werden? Die größten Kostentreiber derzeit, die wir haben, auch im Bereich der Eingliederungshilfe, 60 Prozent der Zugänge in Werkstätten sind Arbeitnehmer, die psychisch erkrankt sind. Und schwerbehinderten Vertretungen sind auch soziale Strukturen in den Unternehmen und Verwaltungen, die dafür sorgen, dass eben Frühverrentungen verhindert werden, indem die Potenziale der dort Beschäftigten auch weiter genutzt werden können durch betriebliches Eingliederungsmanagement, durch betriebliche Gesundheitsprävention, dass die Arbeitskraft, die Talente, Eigenschaften, Fähigkeiten auch im Unternehmen bleiben und nicht mit Mobbing, Frühverrentung oder in die psychische Erkrankung die Alternative ist. Dafür sind schwerbehinderten Vertretungen enorm wichtig. Sie sind eine Entlastung der Wirtschaft und sie sorgen dafür, dass wir auf dem ersten Arbeitsmarkt die Arbeit so gestalten, dass sie menschengerecht wird, dass sie auch human ist. Wir haben letztendlich bei vielen Gesprächen, die ich mit schwerbehinderten Vertretungen geführt habe, immer eine Antwort bekommen, nämlich gib uns Zeit. Schau, dass wir mit dem Recht, das wir haben, dass wir die Menschen, die Beschäftigten gut beraten können, dass wir uns Zeit für sie nehmen und dass wir auch entsprechend mit Freistellungen unserer Aufgabe in den Unternehmen gerecht werden. Dann haben wir dabei Benedikt Licker, Dirigent, Kulturschaffender, Stadtrat, CSU in Nürnberg. Er wird uns berichten, wie Kunst, wie Leben, wie Politik, Arbeit in Einklang gebracht werden können, welche Behinderungen auch außerhalb des Menschen sind und wo Strukturen Menschen behindern und behindernde Strukturen beseitigt werden können und müssen, damit alle Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können, einbringen können für uns alle. Das hilft den einzelnen Menschen, das hilft auch uns in der Gesellschaft. Und was bedeutet es, wenn die Einkommens- und Vermögensgrenze bei der Eingliederungshilfe bei 2.600 Euro liegt und das seit 15 Jahren? Wenn selbst bei einer Ehe, bei einer Partnerschaft, Liebe, mit Armut Hand in Hand geht, weil alles das, was über die 2.600 Euro verdient wird, sofort wieder einkassiert wird. Das heißt, hier müssen wir in einem modernen Teilhaberecht, in einer Teilhabegesetzgebung auch diese Einkommens- und Vermögensgrenze anpassen, verbessern. Auch hier muss sich Leistung lohnen. Wir werden mit der Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Donata Schenk, zu Schweinsberg sprechen, wie dann auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die wir ab Mittwoch, Donnerstag dann auch in Genf bei dem Monitoring besprechen werden, wie sind die Fortschritte hier in Deutschland dieser UN-Behindertenrechtskonvention und wie die großen Träger auch bereit sind und Prozesse entwickeln, um Inklusion, um Wahlfreiheit, um Differenzierung zu organisieren, auch neue Wege im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu beschreiten. Wir wollen Wahlfreiheit. Wahlfreiheit heißt nicht eine Linie, egal wie diese Linie definiert ist, sondern wir brauchen Optionen, Differenzierung, Alternativen. Das heißt, die bestehenden Kompetenzen sind weiterhin notwendig, sinnvoll, wichtig und richtig, aber wir brauchen mehr Ausdifferenzierung. Nur dann kann Wahlfreiheit letztendlich für die einzelnen Menschen auch gelingen. Wir müssen raus aus den ideologischen Schützengräben. Ich weiß alles, es folgt mir nach, sondern jeder Mensch ist anders und deshalb braucht jeder Mensch auch andere Optionen. Das ist für uns Wahlfreiheit und pragmatische Lösungen, die wir miteinander dann auch umsetzen und finden wollen. Wir haben die Initiativen Füngling Ruta und Kindertraum, die uns zeigen, die gemeinsam auch mit klassischem Handwerk, mit mittelständischen, mit kleinen Unternehmen, Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt gelingen kann, wie das Zusammenwirken von Betreuung, von Assistenz und Produktivität dann möglich ist, wenn man Durchlässigkeit und soziale Mindeststandards und Rückkehroptionen dann auch organisiert und schafft. Nur das ist es eine der Voraussetzungen. Man braucht Durchlässigkeit, Flexibilität und ein Grundmaß und auch an gemeinsamer Sicherheit. Es muss auch möglich sein, nach zwei, drei Jahren wieder zurückzukehren, ohne dass man sagt, okay, ihr fallt, ihr müsst euch für immer entscheiden und wenn es nicht gelingt, dann fallt ihr ins Nichts. Das ist unmenschlich. Deshalb Flexibilität im Sinne der Optionen, auch sich erproben zu können für alle Menschen, die hier betroffen sind. Deshalb und hierüber sprechen wir auf unserem heutigen Kongress. Schön, dass Sie da sind, dass Sie mitwirken, dass wir am Ende politisch aus der Praxis, für die politische Praxis die richtigen Entscheidungen treffen werden und am Ende der nächsten beiden Jahre 2017 Teilhabe in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt noch stärker sich entwickelt hat als zur jetzigen Zeit. Miriam Holstein, anerkannte Journalistin, wird durch die weiteren Fachrunden auch der Betroffenen und auch die sich daran anknüpfende Diskussion führen. Schön, Miriam Holstein, dass Sie da sind. Kommen Sie auf das Podium, führen Sie uns durch die Veranstaltung. Herzlich willkommen allen Mitschreitern. Applaus 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 So, Mikro ist an, wunderbar. Auch von meiner Seite aus noch mal ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, ich werde Sie jetzt durch den quasi zweiten Teil der Veranstaltung begleiten. Wir haben jetzt viel über die politischen Rahmenbedingungen auch gehört und jetzt wollen wir mal in Medias Rees gehen und uns angucken, wie es denn in der Praxis mit inklusiven Angeboten aussieht. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung bin ich auf einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Inklusion gestoßen am Wochenende, der, wie ich finde, ganz gut beschreibt, vor welcher Herausforderung wir gerade stehen und das in dem Satz zusammenfasst, nicht die Behinderten müssen sich bewegen, die Gesellschaft muss es tun. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie es die Gesellschaft schon tut und wo sie es vielleicht auch noch nicht so tut und was daraus auch sich für Anforderungen an die Politik ergibt. Und da freue ich mich besonders, drei Experten hier auf dem Podium begrüßen zu können, die uns dazu ganz viel sagen können. Mein erster Gast ist gestern aus Augsburg angereist. Er sagt von sich selbst, er habe einen hohen Wiedererkennungseffekt. Er wird allgemein hin als Inklusionsaktivist bezeichnet, aber ich finde, das beschreibt nur sehr unzulänglich die Bandbreite seines Schaffens. Herr Schumer hat die Vorstellung eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Er ist nämlich nicht nur seit 2010 dafür engagiert, die UN-Behindertenrechtskonvention auf allen politischen Ebenen umzusetzen, sondern er ist auch Gründer künstlerischer Leiter und Dirigent der Konzertreihe Roll and Walk, die es sich zum Ziel gesetzt hat, an verschiedenen Orten Konzerte barrierefrei zu organisieren und zwar sowohl in sozialen Einrichtungen als auch ganz normal an öffentlichen Plätzen. Er ist außerdem seit 2014 im Stadtrat für die CSU in Augsburg. Herzlich willkommen, Benedikt Licker. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein zweiter Gast ist Donata Freifrau von Schenk zu Schweinsberg. Sie ist von der Ausbildung her Sozialpädagogin, aber vor allem ist sie ein Beispiel dafür, wie viel man mit Ehrenämtern bewegen kann, wenn man sie mit einem solchen Engagement und mit einem solchen Herzblut betreibt, wie Sie das tun. Sie haben zum Beispiel in Ihrer Heimatstadt Wuppertal den Mittagstisch für Schüler ins Leben gerufen, Sie haben Strafgefangene betreut, Sie waren Jugendleiterin einer Kirchengemeinde und Sie sind seit 2006 Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Sie kümmern sich da besonders um die Sozial- und Wohlfahrtsarbeit und insbesondere auch um die Inklusion von alten Menschen und von behinderten Menschen. Herzlich willkommen. So, meinen dritten Gast, den muss ich in diesem Rahmen eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber ich werde Ihnen trotzdem einige biografische Eckdaten kurz in Erinnerung rufen. Er war von 2005 bis 2010 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Er hat als langjähriger Bundestags- und Landtagsabgeordneter, unter anderem auch als Fraktionschef der CDU in NRW, viel Erfahrung gesammelt, wie man politische Projekte auf den verschiedenen politischen Ebenen vorantreiben und umsetzen kann. Er ist seit 2005 Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA und außerdem seit Dezember 2013 als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium auch Patienten und Pflegebeauftragte. Herzlich willkommen, Karl-Josef Laumer noch mal. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde hier jetzt die Gäste auf dem Podium bitten, ganz kurz zu einem Schwerpunkt etwas weiter auszuführen. Dann würde ich gerne die Runde auch gleich für Ihre Anfragen und Anregungen öffnen wollen und noch ein Hinweis, wenn Sie wollen, dass das, was hier besprochen wird, jetzt schon einem größeren Publikum zugänglich wird und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter unterwegs sind. Ich weiß, dass wir hier, wie Julia Probst, einige sehr begeisterte Twitterer unter uns haben. Dann können Sie das tun unter dem Hashtag Barrierefrei2015. Herr Liga, meine erste Frage ging an Sie. Die bayerische Landesregierung hat ja einen sehr ehrgeizigen Plan aufgestellt, nämlich Bayern bis 2023 Barrierefrei zu machen. Sie waren auch beteiligt. Bekommen Sie das schon zu spüren? Merken Sie das in Ihrer Stadt schon? Also meine persönlichen Arbeit als Stadtrat bekomme ich es schon zu spüren, weil einfach die Sensibilisierung dadurch für die Belange von Menschen mit Behinderung in den drei Punkten, die ich damals unserem Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden am Wahlabend mit auf den Weg gegeben habe, schon angegangen wird. Das ist einmal die Barrierefreimachung des öffentlichen Raumes. Wir wollen alle teilhaben am öffentlichen Leben, aber wenn wir schon in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum behindert werden, funktioniert das nicht. Punkt zwei ist der barrierefreie öffentliche Personennahverkehr. Um von A nach B zu kommen, bin ich darauf angewiesen, dass der barrierefrei wird. Und Punkt drei ist eigentlich ganz immanent für Inklusion, nämlich das Recht eines jeden Menschen, sich gegenseitig kennenzulernen. Und zwar von früher Kindheit auf, damit Bedenken und Ängste von klein auf schon abgebaut werden. Sprich, die schulische Inklusion ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Faktor, um Inklusion leben zu können. Und das Vierte, was ich unserem Ministerpräsidenten mit auf den Weg gegeben habe, ist ein starker Einsatz für das Bundesteilhabegesetz, und zwar besonders für den Punkt, die Eingliederungshilfe frei zu machen von Vermögen und Einkommen. Denn momentan laufen wir mit den 2.600 Euro an Vermögen, in Anführungszeichen, und in etwa 800 Euro, die wir so an Einkommen haben können, auf eine Altersarmut zu, gerade bei Menschen mit Behinderung, für die wir gar nichts können. Im Gegenteil, dadurch werden wir dazu gedrängt quasi. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen, was das bedeutet. Also die Tatsache, dass bei der Eingliederungshilfe wer Assistenz benötigt, da seine Vermögensverhältnisse offenlegen muss und sozusagen auch alles ab 2.600 einsetzen muss, ist ja eines der größten Ärgernisse. Was bedeutet das für Sie im Alltag? Das bedeutet für mich im Alltag, dass ich eigentlich, wenn ich Assistenz benötige, nicht mehr als 800 Euro im Monat verdienen darf. Alles was drüber geht, muss ich an den Sozialstaat zahlen und nicht mehr als 2.600 Euro an Vermögen anhäufen darf. Dadurch ist es mir nicht möglich, anzusparen für die Altersvorsorge. Es ist nicht möglich, auf ein Auto anzusparen, auf eine Reise, zumal ja wir Menschen mit Behinderung durchaus höhere Ausgaben haben als ein nichtbilderter Mensch. Also ich habe vor etwa einem Dreivierteljahr mal angefragt, bei einem Automobilhersteller, was so einen Umbau für mich kosten würde und dabei ist alles zusammengerechnet eine Summe von etwa 150.000 Euro gekommen. Allein für das Auto, für den Umbau und für den Führerschein. Mit den 2.600 Euro komme ich da nicht weit. Vielen Dank. Frau von Schenk, das Deutsche Rote Kreuz ist Träger von vielen Einrichtungen mit Inklusionsangeboten. Mit Blick auf den Bereich Wohnen, wo sehen Sie denn da, wo geht denn da die Entwicklung hin? Verstärkt im stationären Bereich oder zunehmend in kleineren, ambulanten, blanden Wohngruppen? Was sind da sozusagen die Trends, was wäre notwendig und wie stellen sich die Träger darauf ein? Erlauben Sie mir, dass ich, bevor ich zum Wohnen komme, einen Satz zur Kita und einen zur Schule sage, weil das Wohnen fängt ja an mit der Geburt, man ist zu Hause auch als behindertes Kind. Ich bin ein großer Befürworter der Kitas, die sich öffnen für alle Kinder, egal welche Handicaps und Nicht-Handicaps und welche Begabung sie haben. Die Kinder können unheimlich viel daraus lernen, andere Menschen zu achten und es wird auf einmal ganz normal, dass jemand groß ist, jemand klein ist, jemand dick ist, jemand ein Handicap hat und Kinder lernen das spielerisch, das ist sicherlich was für unsere Gesellschaft in Zukunft ganz wichtig sein muss. Das zweite ist die Schule, da möchte ich auf etwas anknüpfen, was Herr Kauder vorhin gesagt hat. Ich bin auch der Ansicht, dass bevor die Regelschule bei uns nicht richtig stimmt, wir diese ganzen Förderklassen nicht abschaffen dürfen, denn wenn man sich vorstellt, bei uns sind 26 Kinder in einer Klasse, vier davon haben eine Behinderung, die Lehrer sind noch nicht richtig ausgebildet, es kommen vier Sozialpädagogen dazu, man stelle sich vor, was für eine Unruhe in dieser Klasse ist. In Amerika, die seit 40 Jahren Erfahrung mit Inklusion in der Schule haben, besteht die Schule aus 16 Kindern, vier davon haben ganz unterschiedliche Handicaps und die haben zwei Sozialpädagogen, die Schüler, die vermeintlich gesunden Schüler, sind Pate für die anderen, man macht die Aufgaben zusammen, haben man Frühstück zusammen. Das ist für mich gelebt Inklusion und nicht eine Mammutklasse, wo man Angst haben muss, dass Kinder durchs Raster fallen, weil für sie nicht die Zeit und die Pädagogik da ist, sie zu fördern. Jetzt, nach der Schule kommt der Arbeitsmarkt, ich wünsche mir natürlich, dass die Unterstützung für alle Kinder und Jugendlichen aus einer Hand kommt, das heißt von der Kinder- und Jugendhilfe und dass wir nicht unterteilen zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen, dass wir da wirklich eine Linie in unserem Lande fahren. Bei dem Arbeitsmarkt ist es so, dass wir uns natürlich wünschen, bessere Bedingungen, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt, wir haben als Rotes Kreuz große Behindertenwerkstätten, kooperieren aber mit anderen Firmen, sodass wir ein Geben und Nehmen haben. Andererseits ist es auch so, dass wir eigenständig Firmen gegründet haben, Gartenbau, Landschaftsbau, Reinigung, auch Kaffees, dass wir zum Beispiel Kaffees entwickeln, nicht im Stadtzentrum, sagen wir mal Kudamm oder 17. Juni, sondern in irgendwelchen Ecken, wo keine Kaffees sind, wo Menschen mit Behinderung, in dem Kaffee, was ich kenne, sind es 40 Prozent der Menschen, die dieses Kaffee bedienen, haben eine Behinderung, es kommen gesunde und weniger gesunde Menschen hin, es ist ein Ort der Begegnung und das ist für mich auch Inklusion und das in einem Stadtviertel, wo nicht jemand ein Kaffee baut, weil es gerade in ist und weil man was verdienen kann, sondern weil man hier einfach einen Punkt setzen will der Begegnung. Jetzt kommen wir zum Wohnen, was Sie ja mich eigentlich gefragt haben. Wir sind natürlich dafür, dass man ambulant wohnt. Wir haben als Rotes Kreuz nicht sehr viele riesige Einrichtungen, sondern haben immer auf kleine Einrichtungen gesetzt, die wir jetzt aber auch nochmal etwas umwandeln wollen zu richtigem ambulanten Wohnen und da ist das Barrierefreie eigentlich das wenigste, sondern das, was da eine große Rolle spielt, ist das Miteinander und ich kenne selber auch eine Abteilungsleiterin aus dem Familienministerium, sie sagt, ich gehe bald in Rente, mein Sohn ist Anfang 20, was wird aus ihm, wenn ich mal ihn nicht mehr pflegen kann oder wenn ich nicht mehr da bin und da haben wir jetzt drei unterschiedliche Projekte gegründet, nämlich einmal ein Wohntraining, da kommen junge Menschen hin, es sind meistens sechs junge Menschen, die in einem Trainingscamp sozusagen zusammen leben, es sind Pädagogen da und auch Ehrenamtliche, die gut ausgebildet sind, die jeweils nach den Bedürfnissen, nach den Schwachpunkten, nach den Interessen mit diesen sechs Jugendlichen zusammen leben, da geht es darum, wie gehe ich mit Geld um, was kaufe ich ein, wie koche ich, Behördengänge, Arztbesuche, aber auch die Freizeitgestaltung, denn die ist ja wiederum ganz wichtig, weil man durch die Freizeit auch wieder andere Menschen kennenlernen kann und da kann auch wieder Inklusion stattfinden. Dann haben wir ein Wohnmobil gegründet, da kommen Eltern mit ihren jungen Menschen hin und informieren sich, wie ist das, wenn mein Sohn oder meine Tochter eines Tages alleine leben wollen. Da werden Vorträge gehalten über den Alltag, über Gesundheitsversorgung, über welche Hilfestellung brauche ich, um eigenständig zu leben, das sind so ganze Vortragsreihen und dann kristallisiert sich auch manchmal raus, dass ein junger Mensch sagt, ich traue mir das zu, ich möchte gerne selbstständig irgendwo wohnen. Und dann haben wir als Drittes auch WGs, also die wir ja schon kennen aus, ich möchte jetzt nicht sagen aus den 68ern, aber WGs, wo junge Leute hineinziehen, um einfach zu testen, kann ich alleine wohnen. Wenn das jetzt auch wieder eine Wohngruppe ist von fünf jungen Menschen mit Behinderungen, dann hat jeder ein eigenes Zimmer, jeder einen eigenen Briefkasten, jeder eine eigene Klingel, aber man hat einen großen Gemeinschaftsraum, in dem sich das Leben abspielt. Und da bekommt jeder die Unterstützung auch wieder von Ehren- oder Hauptamtlichen Rotkreuzlern, die er für sein Leben braucht, um auf ein selbstständiges Leben vorbereitet zu werden. Und neben diesen Wohngruppen dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass es junge Menschen gibt, die Eltern haben mit einer Behinderung. Und da versuchen wir Assistenzen zu entwickeln, um diesen Eltern weiter zu helfen. Und in einer Familie gibt es ja meistens oder hoffentlich viele Geschwister und Kinder. Und da muss man auch immer sehen, wenn in der Familie ein junger Mensch ein Handicap hat, dass die Geschwisterkinder nicht überfordert werden. Denn meistens kümmert man sich, das ist wie wenn man, also ich habe neun Enkel, da gibt es zwei, die sind sehr schwierig. Also kümmern wir uns immer um diese schwierigen. Und die, die so leichtlebig sind, können immer durchs Raster fallen. Dass wir auch Projekte haben für Geschwisterkinder, die beispielsweise auf einem Bauernhof gruppendynamische Prozesse, die Unterhaltung haben, die im Grunde genommen auch sprechen können und auf den Weg gebracht werden, wie gehen wir mit Geschwistern um, die ein Handicap haben, welche Stellung ist in der Familie auch den Eltern gegenüber. Also dass man das auch auf den Weg bringt und dass wir nicht nur Menschen im Visier haben, die ein vermeintliches Handicap haben, sondern die Familie als Ganzes. Vielen Dank. Also es lässt erkennen, was Sie geschildert haben, dass wir da eine stärkere, sehr viel stärkere Ausdifferenzierung noch erleben werden in den kommenden Jahren und eben auch starke Bedarfsorientierung, die individuell eben abgestimmt wird. Herr Laumann, der Paritätische Wohlfahrtsverband hat zusammen mit mehreren Verbänden gerade vor ein paar Tagen einen Appell veröffentlicht, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, zügig das Bundesteilhabegesetz auf den Weg zu bringen. Offenbar ist man sich bei den Verbänden trotz der Absichtserklärung nicht so sicher, dass das auch geschehen wird. Und eine der Kernforderungen ist ein vollumgänglicher Zugang zu Pflegeleistungen. Können Sie uns sagen, was im Bereich Pflege beim Bundesteilhabegesetz, womit wir rechnen können und können Sie den Betroffenen garantieren, dass das Ziel, die Kommunen zu entlasten, nicht letztendlich auch auf Kosten der Betroffenen gehen wird? Also, wir haben ja nun einen eindeutigen Koalitionsvertrag, dass wir die Reform der Eingliederungshilfe angehen. Die Frage, dass man jetzt abgekoppelt hat, kann man werten, wie man will. Was die Pflegeversicherung angeht, wir werden auf jeden Fall den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff machen. Der ist im Grunde genommen für den Bereich der Menschen, die in der Eingliederungshilfe leben, überhaupt die Voraussetzung, dass die Leistungen der Pflegeversicherung einigermaßen passgenau für diesen Personenkreis sind. Also, das kann ich mit Sicherheit für das Gesundheitsministerium zusagen, dass wir diesen Gesetzesentwurf in diesem Jahr durch Bundestag und Bundesrat bringen werden. Wir haben das auch mit einer vernünftigen Finanzierung hinterlegt. Die Spielräume gibt uns aber eben auch der Koalitionsvertrag, weil ja der Pflegeversicherungsbeitrag um ein halbes Prozent erhöht wird, um überhaupt die Spielräume zu haben, diesen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen. So, was heißt das jetzt für die Eingliederungshilfe? Es ist heute schon so, dass alle behinderten Menschen die Leistungen der Eingliederungshilfe kriegen und nicht in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, also zum Beispiel ambulant wohnen, im betreuten wohnen sind, in den Wohngruppen wohnen, kriegen selbstverständlich die vollen Leistungen der Pflegeversicherung. Für den Bereich, die in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, Strich, das alte Wort, Wohnheime, wenn ich das nochmal nennen darf, ist damals ein Padagraph geschaffen worden, dass dieses pauschal abgeglichen wird. Und da ist jetzt die Frage, ja, kann man da die Vorleistungen der Pflegeversicherung geben? Das ist auch ein bisschen eine Kostenaufteilung zwischen unterschiedlichen Kostenträgern. Wenn man das der Pflegeversicherung sagt, sie soll das machen, reden wir hier über eine Summe von 1,5 Milliarden Euro, die sich in den jetzigen Leistungsspektrumen der Pflegeversicherung nicht darstellen lässt. Also wir können nicht in ein System, wo wir ein Finanzvolumen von 28 Milliarden Euro haben, einfach so anderthalb Milliarden in Einsorgungssystem schlucken. Das geht nicht. Sie müssen auch sehen, dass die Pflegeversicherung ja keine Versicherung ist zur Teilhabe, sondern die Pflegeversicherung ist von ihrer ganzen Konzeption her eine Pflegeversicherung im Teilkaskoprinzip. Pflegeversicherung finanziert nicht Wohnung, Pflegeversicherung finanziert nicht Essen und Trinken, Pflegeversicherung finanziert nicht Teilhabe am Arbeitsmarkt, sondern Pflegeversicherung in einer ausschließlichen solidarischen Absicherung, in einer Teilabsicherung für das Thema der Pflegebedürftigkeit. So ist sie nun mal vor 20 Jahren geschaffen worden. Und vier Fünftel der Menschen, die in der Pflegeversicherung Leistungen bekommen, sind hochbetagte Menschen. Und die Pflege eines hochbetagten Menschen in der Frage von Eingliederung ist ein anderer Auftrag, wie die Pflege eines jungen Menschen in Frage von Eingliederung. Und deswegen hat der Gesetzgeber, ich war ja damals als junger Bundestagsabgeordneter beteiligt, wo die Pflegeversicherung gemacht worden ist, sehr bewusst, auch nach sehr langen Anhörungen im damaligen Ausschuss entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen hier in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, also im Heim, nicht eine Mischfinanzierung zwischen Pflege und Eingliederungshilfe, sondern haben gesagt, es soll eine Einheit sein. Im Übrigen zum Schutz der Menschen, die in den Einrichtungen sind. Und ich glaube, dass sich das auch alles in allem bewährt hat. Und diese Debatte wird natürlich zurzeit auch ein bisschen geführt. Ja, ich sage mal, also im Konditionsvertrag gibt es auch einen weiteren Absatz. Keine Verschiebung der einen Sozialversicherung zu Kosten einer anderen, ohne dass man darüber ein Einvernehmen hat. Also von daher ist diese Frage jetzt einfach über die Pflegeversicherung diese Probleme zu lösen, das sage ich ganz offen, wir in unserem jetzigen Reformvorhaben nicht so beantwortet, dass wir in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Leistungen im vollen Umfang der Pflegeversicherung geben wollen. Wenn das passieren soll, ist das ordnungspolitisch machbar, ohne Frage. Aber da muss man natürlich auch diese Finanzierungsfrage, diese gewaltige Finanzierungsfrage gleichzeitig mit beantworten. Nun ist es ja auch so, dass es zahlreiche Regelungen schon existieren, teilweise es aber in der Umsetzung hapert. Also Stichwort zum Beispiel persönliches Budget, da gibt es seit 2008 einen Rechtsanspruch, es wird auch von allen als Instrument einer besseren Umsetzung der Teilhabe begriffen, aber in der Praxis gibt es eben Probleme bei der Beantragung, Probleme mit den Leistungsträgern gelegentlich. Muss da noch nachgebessert oder wie kann da noch nachgebessert werden? Also erst einmal, Sie sind ja nicht unbedingt jetzt mein Job als Pflegebeauftragter, aber als jemand, der nun auch die Eigenschaftsiefe sehr, sehr lange im Blick hat und auch aus meiner NRW-Erfahrung. Man muss einfach sehen, mit der jetzigen Gesetz-Zereignungshilfe kann man mit gutem Willen auch untergesetzlich schon eine ganze Menge machen, was wir hier diskutieren. Das ist auch die Wahrheit. Das persönliche Budget ist im jetzigen Recht machbar. Auch Teilbudgets sind im jetzigen Recht selbstverständlich machbar. Es ist immer nur die Frage, wie viel wollen es und wie werden die betroffenen Menschen animiert oder unterstützt, auch diese neuen Leistungsformen in Anspruch zu nehmen. Es gibt wieder andere Dinge, dafür muss man aber keinen ganzen Systemwechsel machen. Also wenn ich zum Beispiel die Frage angehen will, dürfen behinderte Menschen, die da Eigenschaftshilfe Vermögen haben? Deswegen muss man nicht die ganze Eigenschaftshilfe ändern. Das ist eine patielle Frage, die man anders entscheiden muss, wenn man es denn will. Die Eigenschaftshilfe damals ist davon ausgegangen, wir sorgen in unseren Einrichtungen bis ans Lebensende für diese Menschen. Also hat sich die Vermögensfrage nicht gestellt. Im Übrigen gab es auch damals kaum Behinderte mit Vermögen. Das ist heute anders. Ich würde uns auch sehr raten, die anders zu beantworten. Also ich bin dafür, dass diese Menschen Vermögen bilden können, im Übrigen auch erben können. Ich kenne Eltern, die sagen, ja Herr Laumann, kennen Sie denn nicht einen Trick, dass ich auch meinem behinderten Kind etwas zukommen lassen kann, ohne dass es die Sozialhilfe wegnimmt und mein Kind überhaupt keine Lebensqualitätsverbesserung dadurch hat, dass ich ihm etwas vererbe. Wenn man gute Anwälte kennt, gibt es diese Tricks. Ich finde, dann kann man auch sagen, man darf eine bestimmte Menge an Vermögen haben. Auch was Sie gesagt haben, dass man sparen kann. Halte ich für ganz wichtig, dass auch behinderte Menschen sparen können, wenn sie Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen. Aber deswegen muss man ja nicht ein ganzes System ändern. Wir haben viele Regelungen gemacht. Integrationsunternehmen sind auch im heutigen Recht möglich. Also das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist wohl das Land mit den meisten Integrationseinrichtungen, weil wir da einen großen Schwerderverpunkt gesetzt haben. Wir haben damals gesagt, Integrationsunternehmen müssen den Menschen aber so viel Lohn zahlen können, dass sie nicht gleichzeitig noch abhängig sind von der Grundsicherung. Denn die Geschäftsmodelle müssen schon so viel Geld abwerfen, dass sie auch den Arbeitsplatz finanzieren und den Liebensunterhalt eines Menschen finanzieren. Das hat eigentlich ganz gut geklappt in Modellen, die sie etwa mit dem Behindertencafé dargestellt haben. Und dann ist immer die Frage, ja wie kriegst du das hin, wenn die auf diesen Arbeitsmarkt versagen dürfen, die in die Werkstatt zurück. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass es so etwas wie Ausprobieren gibt. Was haben wir dann auch so gemacht? Wir haben die Integrationsunternehmen oft als Abteilung von Behindertenwerkstätten gegründet, um den Schutz der Behindertenwerkstatt nicht zu verlieren. Wir haben es gemacht mit ausgelagerten Arbeitsplätzen. Alles so, ja ich sage mal Krücken, um das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber wenn die Krücken sowieso schon immer gegangen werden, dann finde ich, kann man auch einführen, dass man sagt, wer aus einer Behindertenwerkstatt kommt und geht auf den ersten Arbeitsmarkt, auch wenn es in einem Integrationsunternehmen ist zum Beispiel und er sollte scheitern, darf in die Behindertenwerkstatt zurück, weil die Behindertenwerkstatt ja nun doch auch im sozialrechtlichen Bereich ein paar Schutzmechanismen bindet, die sie haben. Und lassen Sie mich zum Schluss einen letzten Gedanken sagen, der meine Auffassung vom Behindertenprojekt immer sehr bestimmt hat und bis heute bestimmt. Wir stehen in Wahrheit immer in dieser Frage vor zwei Punkten. Wenn Sie mit Eltern von behinderten erwachsenen Menschen sprechen, dann sagen die ganz oft, mein Gott, Herr Lauer, was passiert bloß mit unserem Kind, wenn wir mal nicht mehr da sind? Diese Menschen wünschen sich Sicherheit. Sie wünschen sich eine Einrichtung, wo man sagen kann, da ist es, euer Kind, da könnt ihr euch verlassen, sie wird dieses Kind begleiten. Umgekehrt sagen wir aber, in der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik, der behinderten Menschen möglichst selbstbestimmt leben können. Und da sind ja zwei Politiker, die sich auch ein bisschen widersprechen. Und deswegen möchte ich ganz gerne uns immer daran erinnern, dass wir in der Behindertenpolitik nicht von ein Extrem zum anderen gehen sollen. Wir haben früher sehr stark auch große Einrichtungen gesetzt. Heute setzen wir fast nur noch auf, weg von Einrichtungen. Und manchmal denke ich, dass der richtige Weg auch ein bisschen in der Mitte liegt. Dass es sowohl ein Klientel gibt oder Menschen gibt, für die die Einrichtung auch in Zukunft vielleicht sogar der beste Lebensort ist. Und auf der anderen Seite das möglichst selbstständige Leben für andere wiederum auch eine tolle Sache ist. Und auch ein bisschen darauf achten, was passt zu wem. Und es sehr auch von der Persönlichkeit abhängig zu machen. Ich kann Ihnen auch sagen und berichten, dass ich in meinem Leben auch schon Menschen kennengelernt habe, die aus einer Einrichtung der Eingangshilfe ins betreute Wohnen gekommen sind. Die gesagt haben, wir sind hier schon ganz schön einsam, weil sie das andere eben mehr an Gemeinschaft gewohnt waren. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass man nicht vom einen Extrem zum anderen geht. Und dann der letzte Gedanke, der mir ganz wichtig ist, Sie müssen auch mal begreifen, genau wie wir Nichtbehinderten generationsmäßig unterschiedlich leben, so leben auch behinderte Menschen von Generationen unterschiedlich. Also wenn Sie heute einen 60-jährigen Behinderten treffen, in einer Einrichtung der Eingangshilfe, dann hat er in seiner Kindheit noch in Schlafsälen gelegen. Heute hat er ein Einzelzimmer, fast im Regelfall. Der findet natürlich aufgrund seiner Lebensgeschichte die Werkstatt und das Heim als sein Zuhause. Und ich finde, er sollte es für ihn auch so akzeptieren. Und dann durch Inklusion, durch Kindergarten, was Sie gesagt haben, für eine jüngere Generation, das eben anders beantworten. Das ist mir in dieser Frage auch ganz, ganz wichtig, dass man es auch ein bisschen mal von Generationen von behinderten Menschen sieht. Meine Mutter ist 85, die lebt auch anders wie ich. Und meine Kinder sind alle so zwischen 20 und 25 und die leben etwas anders wie ich und meine Frau. Das ist, finde ich, auch normal und das wird auch bei behinderten Menschen auch ein bisschen so sein. Vielen Dank, Kai Laumann. Ja. Ich muss da jetzt schon widersprechen. Ich glaube, wir brauchen den Systemwechsel, weil das System nicht mehr zeitgemäß ist. Dann würde ich sagen, es gibt Leute, die sich in ihren Einrichtungen wohlfühlen, mag das sein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich bin inklusiv aufgewachsen, da gab es die Diskussion über noch gar nicht. Und ich war damals in einem Ria-Sportverein und es war gerade so die heiße Disco-Gee-Phase, wo ich eben auch mit Jugendlichen in meinem Alter zusammengekommen bin und festgestellt habe, dass die in ihren Einrichtungen, wo sie ja sowohl behütet sind, wo es keine Barrieren gibt, etc., Berührungsängste zur normalen, unbehinderten Gesellschaft aufgebaut haben. Das heißt, es gibt Berührungsängste sowohl bei den Nichtbehinderten zu den Behinderten als auch andersrum. Und natürlich fühlen sie sich wohl in den Einrichtungen, aber sie fühlen sich nur deswegen wohl, weil sie die Welt draußen nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, jeder Mensch hat das Recht darauf, einen behinderten Menschen kennenzulernen. Und er wird einen behinderten Menschen allein im Laufe des Lebens kennenlernen, weil die meisten Behinderungen eben nicht von Geburt vorhanden sind und im Laufe des Lebens dieser Schönheit erworben werden. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, das dem dahingehend zu machen, dass quasi die Barrierefreiheit oder Inklusion ein Komfortgewinn für alle sind und das in die Köpfe der Menschen bringen. Dann reden wir auch nicht mehr über ein Problem einer kleinen Minderheitsgruppe, sondern wir reden darüber, dass Inklusion in meinen Augen das größte gesamtgesellschaftliche Phänomen oder die größte gesamtgesellschaftliche Umwälzung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird. Und die müssen wir heute schon ganz bewusst und ganz stringent angehen. Vielen Dank. Ich würde ein paar Minuten noch was anfingen. Und dann würde ich aber die Runde öffnen wollen. Also ich finde es natürlich ganz wichtig, dass jeder Mensch, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht, über sein Leben selbst bestimmen kann und kann auswählen, wie und wo er leben will. Und ich denke, das schließt das nicht aus. Die Generationen verändern sich und ich finde, da müssen wir halt nur die Voraussetzungen schaffen, dass die Wahlmöglichkeit für jeden besteht. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen aus meinem Kreis. Sie alle erinnern sich an die Elbeflut. In Havelberg waren in einer Turnhalle 150 Menschen untergebracht für eine ganze Weile, durch alle Generationen. Und das Rote Kreuz hat damals die Betreuung übernommen und die Küche haben geleitet eine Behindertenwerkstatt. Und es war so super, wie diese Menschen mit Riesenkochlöffeln in Riesentöpfen rührten, das Essen verteilt haben und dann deutlich gesagt haben, wir sind ein Teil und wir helfen den anderen. Dieses Gebrauch zu werden und dass einem was zugetraut wird, dass man einen Stellenwert in der Gesellschaft hat und dass man was leisten kann, auch für die Gesellschaft, denke, das ist wahnsinnig wichtig. Und noch ein Beispiel zum Arbeitsmarkt. Bei der Bergwacht vom Roten Kreuz gibt es einen 24-Jährigen, der bei einer Bergrettung verunglückt ist. Er lebt seitdem im Rollstuhl. Er hat 80 Operationen hinter sich gebracht. Er hat 600 Liter gespendetes Blut bekommen und er ist quietschfidel in seinem Rollstuhl und sagt zu mir, ich bin super happy, ich habe mein Leben akzeptiert und im Griff. Ich möchte Coach werden. Am besten wünsche ich mir, dass eine Krankenkasse mich einstellt, denn so wie ich glücklich bin, können es auch andere werden. Und wenn ich für diesen Menschen einen Platz bei einer Krankenkasse, einen Job finden würde, da wäre ich jetzt wieder happy, aber ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden. Dankeschön. Ja, damit möchte ich das öffnen für Ihre Fragen und Anregungen, speziell auch zum Thema Pflege, Wohnen und Freizeit. Das Arbeitsmarkt werden wir uns in der zweiten Podiumsrunde darum kümmern, aber wenn Sie etwas anderes und anderes Anliegen haben, können Sie es natürlich auch. Bitteschön. Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Ja, also ich muss es meinen, also den hier veräußerten Dingen festgeben, weil Inklusion ist eine sehr fürschichtige Geschichte, genauso fürschichtig, wie die Menschen, Behinderung ist, aber genauso fürschichtig, wie die Menschen es auch sind. Ich habe, wie gesagt, am vierten Leben, ich habe die Diskussion, eigentlich hat man im vierten Leben ja in den 80er Jahren gelebt, aber jetzt kummoviert im Bereich Wirtschaftswissenschaft, aber was bei mir immer ganz schwierig war. Sie bekommen ein Mikrofon, da kann man Sie noch besser verstehen. Genau. Achso, Dankeschön. Was bei mir seit jeher schwierig gewesen ist, und jetzt muss ich leider das Thema Arbeitsmarkt schon mal ansprechen, ist eine adäquate Beschäftigung zu finden, ja, und möglichst auch eine Beschäftigung, die nichts mit dem Handicap zu tun hat, weil Inklusion, und ich denke, da sind wir uns alle auch einig, Inklusion ist erst dann vollständig erreicht, wenn das eigene Handicap zur Nebensache wird und der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich denke, darauf sollte trotz der Vierschichtigkeit der Behinderung, wie sie vorliegen, die Politik auch abzielen. Ich bin jetzt zwar mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in sehr konstruktiven Gesprächen, was meine berufliche Zukunft betrifft, aber es waren doch schon sehr schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit, dass man mich mit Fachhochschuldiplom und so weiter in einem Callcenter als Lotterieverkäufer, Lotterielosverkäufer platzierte. Man hat als behinderter Mensch nicht unbedingt die Gewissheit, dass es mit dem Handicap zu tun hat, weil andere Leute haben auch Probleme, aber die Verunsicherung, wenn man ein Handicap hat, ist einfach umso größer. Und ich weiß nicht, was die Politik dagegen tun kann, aber da sollten wir und sollten sich die Verbände vor allen Dingen auch einmal Gedanken machen, wie wir da alle an einem Strang ziehen können, dass wir passgenaue Lösungen für jedermann finden können. Dankeschön. Herr Laumer, wie kann sich denn der erste Arbeitsmarkt da noch stärker öffnen? Also, was Sie sagen, ist leider traurige Realität. Die Wahrheit ist, dass das Vermitteln auch eines Menschen mit Hochschulabschluss, mit Doktortitel, mit Klasse-Examikers im ersten Arbeitsmarkt ganz oft eine Riesenbarriere ist. Und damit habe ich es noch freundlicher ausgedrückt. Wir sind heute auch sehr gut in der Frage, dass wir die Leute dann über Berufsförderungswerke und, und, und auch zum Berufsabschluss bringen, jetzt auch in dualen Ausbildungsgängen. Am Ende steht immer die Frage, schafft man den Sprung in einen ersten Arbeitsmarkt und ich sage auch mal, in eine bezahlte Arbeit. Ich höre auch oft genug, wenn ich da mal Verbände und Verwaltungen so anspreche und sage, ich habe da einen Brief bekommen von einem Bürger und so, können Sie da nicht mal helfen, auch Krankenhäuser und so. Da sagen Sie, ja, der kann ja mal ein Praktikum machen. Aber keiner kann sich so richtig vorstellen bezahlte Arbeit. Und deswegen gibt es da wirklich ein dickes Problem, ein ganz dickes Problem. Und ich sage Ihnen auch, ich habe auch kein physisches Patentrezept darauf zu antworten. Wir haben die Schwerbehindertenquote, das haben wir ja alles. Wir haben Stellen, die jeden Arbeitgeber Nachteile ausgleichen, dass der Arbeitsplatz zum Beispiel passend für eine Behinderung gebaut wird. In den Kassen haben wir Geld genug, um das zu machen. Ich will nie scheitern, sondern Sie brauchen einen Arbeitgeber, der bereit ist, an solchen Menschen einzustellen. Und ich bin fest davon überzeugt, da muss sich etwas in den Köpfen ändern. Und das möchte ich auch mal sagen. Ich habe ja noch, weil ich sehr jung angefangen bin zu arbeiten, die Arbeitswelt in den 70er-Jahren kennengelernt. Da arbeiten ja noch unheimlich viele Menschen, die mit schwersten Behinderungen aus dem Krieg zurückgekommen sind. Damals war das eine Ehrensache, dass bestimmte Arbeitsplätze für diese Menschen einfach da waren. Ich habe damals als junger Mensch keinen Förtner gekannt, der nicht schwerstbehindert war. Ob das im Krankenhaus war, ob das im Rathaus war, ganz egal, wo man war, auch in den Privatfirmen. Wo diese Generation in Rente ging, da hat sich irgendwie etwas in den Köpfen geändert. Da wurde gesagt, wir machen jetzt die Förtnerbude weg, wir machen eine geschwungene Theke, dahinter muss ja etwas Attraktives arbeiten, das ist ja schließlich das Eingangsportal unserer Einrichtung, unseres Unternehmens. Also wenn es nicht wieder so wird, dass es auch zum Image einer guten Einrichtung gehört, eines guten Unternehmens gehört, eines guten Krankenhauses gehört, dass auch da, wo man sieht, Menschen mit schweren Behinderungen arbeiten, wenn das nicht wieder ein Stück auch Visitenkarte von Unternehmen wird, werden wir das Problem nie lösen können. Und wir müssen, ich muss leider sagen, das sage ich ganz traurig eigentlich, dass diese Entwicklung selbst vor den sozialen Einrichtungen unseres Landes keinen Halt gemacht hat. Selbst da hat es keinen Halt mehr davor gemacht. Und das finde ich schon, dass wir sehr daran arbeiten müssen, denn diese Menschen ist ja nicht mit einem zweiten Arbeitsmarkt gedient. Die ist auch nicht mit einer Integrationswerkstatt am besten gedient. Sondern diese Menschen ist eigentlich nur gedient, wenn sie eine reguläre Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt haben, auch mit einem Einkommen, was ihre Arbeit fair behandelt, wovon sie dann auch leben können. Und das ist noch ein Bohren, ja, ich würde mal sagen, ganz dicker Bretter. Und wir machen von der Regierung, alle Regierungen, auch die Landesregierung, wir machen so viel, wo wir immer wieder an Beispielen darstellen, dass diese Menschen, wenn man das gut einrichtet, genauso leistungsfähig sind wie alle anderen, dass sie nicht mehr krank sind wie alle anderen. Da geben wir uns Riesenmühe, dieses in die Köpfe der Entscheidungsträger zu bringen. Und trotzdem, finde ich, ist das das größte Problem der Integration, den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Da werden wir gleich noch mehr hören. Hier vorne gibt es zwei Fragen. Ich würde erst mal Sie bitten, in der dritten Reihe. Bitte stellen Sie sich kurz vor und danach der Herr da hinten. Danach die Dame und der Herr. Mein Name ist Helmut Greiner, ich bin schwerbehinderten Vertreter in der Volkswagen AG im Werk Salzgitter. zu dem, was der Herr hier gerade sagte und das, was der Herr Laumann aussagt, dass es früher die Ehre gab, dass man Menschen mit Behinderung eingestellt hat, zumindest als Fördner oder sonst irgendwas. Bei aller Ehre, das mag durchaus früher so gewesen sein. Das ist heute nicht mehr so. Und ich glaube schon, dass man sehr wohl, wenn wir heute wirklich den Punkt Inklusion ernsthaft betrachten wollen und darüber reden, darüber diskutieren, was können wir, was müssen wir tun, ist einer der ganz wesentlichen Punkte, die wir überhaupt, glaube ich, überhaupt nicht übersehen dürfen, ist etwas, was die Frau Schenk gesagt hat, nämlich in den Krippen anfangen. Die Kinder müssen in den Krippen anfangen und das muss weitergehen in die Schulen, aber nicht einfach nur den Schalter umschalten, so wie jetzt in den Schulen. Da wurde der Schalter umgelegt, zack und jetzt kann jeder dort rein. Nein, die Fachkräfte sind gar nicht da. So schön wie das ist, dass wir dort Inklusion haben, aber wir haben die Fachkräfte gar nicht dort an den Plätzen, wo wir sie eigentlich brauchen. Sondern wenn wir nicht wirklich heute begreifen, nicht nur darüber zu diskutieren, sondern zu sagen, wir müssen wirklich in der Krippe anfangen und dann muss das wirklich hineinwachsen. Allerdings müssen wir dann auch die Mittel und die Möglichkeiten, die wir haben, dann auch dementsprechend falsch halten. Das wird keine Nummer sein von jetzt auf sofort, sondern da muss man reinwachsen, da muss man Kompromisse am Anfang finden, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass das der Weg ist und das ist auch der Weg, glaube ich, der neuen Zeit, der neuen Generation. Wir müssen dieser Generation auf die Beine helfen, nämlich genau in der Form, dass wir klar und ordentlich sagen, jawohl, da legen wir den Schalter um und jetzt lassen wir diese Generation dort hineinwachsen. Weil ich bin ziemlich davon überzeugt, dass jemand, der in so einer Generation aufwächst, als Arbeitgeber später nicht im Kopf hat, ach, der ist ja schwer behindert, den nehme ich nicht. Und auch nicht das R-Gefühl oder nicht, sondern da ist einfach, das ist ein Miteinander. Und ich glaube, da wächst es am gesündesten überhaupt auf. Vielen Dank. Ich würde erst mal ein paar Fragen noch sammeln wollen, aber gerne der Herr hinter Ihnen, zwei Reihen weiter hinten. Ich habe Sie da hinten gesehen. Ja, Volker Scharremann, ich komme aus Vechta und ich möchte direkt auf Herrn Laumann eingehen. Ich bin jetzt nunmehr seit 40 Jahren in der Behindertenarbeit tätig und seit 15 Jahren habe ich direkt mit der Vermittlung von Menschen aus einer Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt zu tun und bin ein Fan geworden des Budgets für Arbeit. Ich begleite auch das Sozialministerium und den Landesbeauftragten in Niedersachsen. Wir haben ja seit 2008 in Niedersachsen das Budget für Arbeit und es wurde vorhin angesprochen, dass es ja auch eventuell überlegt wird, das bundesweit als Möglichkeit einzuführen. Wir haben als unsere Einrichtung sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Im Moment ist die Situation bei uns, wir sind eine Boom-Region in Vechta, muss ich dazu sagen, arbeitstechnisch, arbeitsmarktmäßig. Ich habe eher das Problem, die Menschen zu finden in der Einrichtung, die der Arbeitsmarkt zurzeit sucht. Wir haben ca. 650 Menschen mit Behinderung bei uns in der Einrichtung und ich mache den Job seit nunmehr 15 Jahren und ich sage mal, ich habe die meisten, die Interesse haben und die die Fähigkeit haben und die noch keine EU-Rente beziehen, bereits auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln können. Jetzt sprechen mich Betriebe an und sagen, Mensch, hast du noch jemanden? Ich brauche noch jemanden hier in diesem oder in jedem Bereich. Und das Problem, was ich im Moment habe, ist nicht Betriebe zu finden, die Menschen mit Behinderung einstellen, sondern die Menschen an ihren Arbeitsplatz zu bringen, weil sie ja auf dem flachen Land bei uns nicht mobil sind. Da nützt auch kein Budget für Arbeit, wenn diese Menschen nicht die Möglichkeit haben, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Ich hatte mal einen Fall von einem jungen Mann, dem möchte ich ganz kurz berichten. Der hat sich ein 30 km A-Hauto gekauft, da muss der sogar in Holland beziehen, weil das hier nicht mehr zugelassen ist. Er ist damit über viele Jahre in eine Großbäckerei gefahren und hat dort gearbeitet, weil er keinen Führerschein machen konnte oder es nicht geschafft hat. Also als Grundproblem im Moment die Mobilität, der Arbeitsmarkt hat sich geöffnet, dazu gehört auch dicke Bretter, bohren und immer wieder auch auf Betriebe zugehen und den Betrieben die Möglichkeiten eröffnen, auch über Außenarbeitsplätze zum Budgetarbeitsplatz zu kommen, aber eben auch die Mittel zur Verfügung zu stellen, die die Menschen brauchen, auf dem flachen Land zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Dankeschön. Ich würde hier noch zwei Fragen, die Dame in der vorletzten Reihe mit dem meisten... Der Herr im Rollstuhl. Mein Name ist Heinrich Buschmann, ich bin der Vorsitzende von dem Verein Mobil mit Behinderung. Ich möchte anfangen mit dem Herrn Schummer, der gesagt hat, Einkommen und Vermögen müsste angepasst werden. Ich möchte fortfahren mit Herrn Laumann, der sagte, ja eine Menge an Vermögen sollte möglich sein. Leistung muss sich lohnen. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, in diesem Bundesteilhabegesetz die Finger vom Vermögen und vom Einkommen wegzulassen, dann verspreche ich Ihnen eine Revolution hier in Deutschland. Dann werden die Behinderten aufstehen, weil das kann nicht länger angehen. Wir arbeiten genauso wie jeder andere und es kann nicht sein, dass wir nur wegen unserer Behinderung benachteiligt werden, dass sie uns das Geld wegnehmen, das wir brauchen, um das Leben überhaupt meistern zu können. Deswegen nochmal klar und deutlich, Finger weg von Vermögen und Einkommen. Danke, der Herr hinter Ihnen. Stopp, stopp, stopp. So einfach geht es nicht. Zum Thema Inklusion klar und deutlich. Es muss von Grund auf anfangen, es muss beginnen. Mein Vorredner hat es deutlich gesagt. Von der Kita an, durchgängig. Okay, wir haben heute noch nicht das Fachpersonal, dann schafft das Fachpersonal, schafft die Lehrer, schafft die pädagogischen Kräfte. Es muss möglich sein, dass die Gesellschaft das Bewusstsein endlich bildet, dass behinderte Menschen, nichts anderes sind, nur ein bisschen gehandicapt leben. Mehr nicht, mehr nicht, mehr nicht, mehr nicht, mehr nicht mehr, das ist einfach extrem wichtig. Weil dann kriegen wir die Gesellschaft, die es versteht, wo und wo wir stehen. Mehr brauchen wir da an der Stelle gar nichts zu tun. Und vielleicht noch ein Tipp an Sie. Denken Sie mal darüber nach, das Berufsbild Assistenz ins Leben zu rufen. Wir brauchen Assistenten. Wir finden sie fast nicht mehr. Wir brauchen ausgebildete Assistenten, die wissen, worum es geht, die auch eine abgesicherte Berufsbahn vor sich haben. Das muss ähnlich funktionieren. Das wäre mein Tipp an Sie. Danke. Dankeschön. Der Herr hinter Ihnen und dann würde ich erst mal wieder zum Podium zurückgehen. Ja, vielen Dank für den Impuls gerade. Zu dem Letzten, da ist natürlich auch nötig, ich muss mich erst mal vorstellen, mein Name ist Herbert Frings von der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen. Zu dem Letzten ist natürlich auch notwendig, dass diese Assistenten vernünftig bezahlt werden. Wir haben Vergütungssätze in der kommunalen Sozialhilfe, also wo der örtliche Sozialhilfträger zuständig ist, für Integrationshelfer. Die sind 13,26 Euro bis 20 Euro. Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind damit schwer zu halten. Und Mitarbeiterbindung geht gar nicht auf Dauer, weil natürlich solche Arbeitnehmer, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen sind, gerade am Mindestlohn finanziert werden und dann natürlich sich ständig bessere Perspektiven suchen. Das Eigentliche, was ich sagen wollte, ich bin in Begleitung von Frau Kosolowski hier, das ist unsere neue Lebenshilferätin in NRW, ist eine Selbstvertreterin, die traut sich jetzt nicht, weil sie zum ersten Mal in so einem großen Gremium ist, selbst zu reden. Ich wollte anknüpfen an dem, was Herr Lieker gesagt hat, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Grunde genommen auch deshalb nur eine Berechtigung haben, weil diese Menschen keine regulären Arbeitsplätze kennengelernt haben. Das stimmt, aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die zum Beispiel durch betriebsintegrierte Arbeitsplätze die Arbeitsplatzsituation auf dem ersten Arbeitsmarkt kennengelernt haben und dort feststellen mussten, dass dort der Leistungsdruck so hoch ist und die Möglichkeit von Assistenz, die man dafür braucht, gerade als Mensch mit einer geistigen Beeinträchtigung, dass man diesem Druck, der doch da ist, nicht standhalten kann. Von daher, wenn man das in den Blick nimmt, mehr Werkstattarbeitsplätze aufzulösen, durch beispielsweise Budget für Arbeit, muss gewährleistet sein, dass eine entsprechende Finanzierung da ist. Der Minderleistungsausgleich, der im Moment gegeben wird, ist zu gering. Ich muss so viel Assistenz haben, so viel Minderleistungsausgleich dann auch für die Firma, die mich einstellt, dass ich damit ebenbürtig produzieren und Dienstleistungen machen kann wie ein sonstiger Beschäftigter, sonst funktioniert es nicht, sonst geht auch ein Mensch mit Behinderung zu sehr in die Drucksituation. Zum Thema Wohnen, wir hatten das Thema Pflegeversicherung, Herr Laumann, wir hatten letzte Woche schon mal ein kurzes Gespräch darüber, es stimmt, im ambulant betreuten Wohnen können Menschen mit Behinderung die Pflegeversicherung schon auch nutzen, aber ich möchte noch mal deutlich machen, dass das auch im stationären Wohnen wichtig und sinnvoll ist. Ob es dann eine volle Geldleistung oder Sachleistung ist, muss man sehen. Aber für Menschen mit hohem Hilfebedarf, die in stationären Einrichtungen betreut werden, nimmt die Pflege immer mehr zu. Das ist das, was wir beobachten, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten und das kann nicht zu Gänze aus der Eingangshilfe finanziert werden, weil die Leistungssätze stagnieren, wir bekommen kleine Erhöhungen, aber die Pflege wird immer mehr. Hier muss die Pflegeversicherung einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Dankeschön, dann würde ich gerne aufs Podium zurückgehen. Herr Licker, wir haben über die Probleme erst der Arbeitsmarkt gehört. War es bei Ihnen auch ein Motiv für die Gründung dieser Konzertreihe, dass Sie gesagt haben, also wenn ich sozusagen kein passgenaues Angebot finde, dann werde ich da selbst aktiv? Also mein Ansporn war, ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich bin von klein auf mit klassischer Musik umgeben, kannte bis zu meinem 10. Lebensjahr gar nichts anderes. Ich habe ein musisches Gymnasium besucht, ganz normal, und habe irgendwann festgestellt, dass einfach die Rahmenbedingungen am kulturellen Teil haben, teilweise sehr eingeschränkt sind. Das beginnt damit, dass eben die Veranstaltungsorte nicht barrierefrei sind. Da ist teilweise ein Begleitpersonenzwang herrschender Abendkasse. Also mir ist selbst schon passiert, dass ich eine Karte lösen wollte und man mir den Eintritt vermehrt hat mit der Begründung, in meinem Ausweis ist ein Buchstabe B, und deswegen darf man mich aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht hineinlassen. Ich habe mich dann an der Karte umgedreht, habe gemeint, ja bitte, wer möchte da gerne umsonst mit rein, und hatte plötzlich 10 Begleitpersonen. Und der Platz oder das Angebot an Rollstuhlplätzen ist meistens auf ein Minimum reduziert. Das heißt, wenn im Theater Augsburg sechs Rollstuhlplätze existieren, wenn der siebte kommt, hat er keine Chance. Kultur macht aber für mich den Menschen aus, und es ist ein Recht, am kulturellen Leben teilzuhaben und da teilzugeben. Um das zu ermöglichen, habe ich vor acht Jahren meine Freunde, alle ausgebildeten Musiker, um mich herum versammelt und habe einen barrierefreien Ort in Augsburg gefunden, wo wir klassische Konzerte mit bis zu 40 Mann Orchester anbieten können. Die Menschen mit Behinderung bekommen freien Eintritt, Rollstuhlplätze sind unbegrenzt. Gut, wer eine Begleitperson braucht, kann sie mitbringen, muss sie aber nicht. Ich habe in den ersten drei Jahren gemerkt, dass das Angebot immer besser angenommen wird, und nach drei Jahren hat sich der Kreis der Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung stagniert. Ich habe mich dann mit den verschiedenen Einrichtungen auch zusammengeschlossen und habe dann gefragt, ja, ein Marketingmanagement, wie man so schön sagt, mit den Betrieben, und habe gefragt, ob ich denn euch auch erreiche mit meinem Angebot. Und mir wurde dann wieder gespiegelt, jawohl, Herr Licker, Sie erreichen uns. Allerdings unsere Bewohner oder Mitarbeiter mit Handicap haben trotz ihres Angebots, also trotz kostenlosem Eintritt, teilweise Fahrdienste, die wir organisiert haben, haben trotzdem Berührungsängste, zu Ihnen zu kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Propheten. Allerdings mit der Vorausgabe, wenn wir in eure Einrichtungen kommen, dann sind das auch öffentliche Konzerte, um auch da über die Kunst und Kultur den Abbau von Berührungsängsten voranzutreiben. Und schließlich habe ich gemerkt, ich kann ja nicht sein, dass ich der einzigste Mensch mit einer Behinderung mit künstlerischen Begabungen bin und habe innerhalb meines mittlerweile gewachsenen Festivals anderen Künstlern mit Handicap ein Podium geboten, außerhalb der Behinderten-Community. Wir haben einen Literaturwettbewerb das Leben gerufen, wo wir Menschen mit geistiger, psychischer und körperlicher Behinderung aufgefordert haben, uns doch Texte zuzuschicken zum Thema Liebe, Lust und Leidenschaft. Auch ein leichter Tabubruch. Wir haben in einem Jahr einen Gebärdensprachpoeten eingeladen in einem normalen Konzert, ohne es explizit zu bewerben. Und ich muss sagen, der Aha-Effekt im Publikum war fantastisch. Also ich habe noch nie ein Konzert erlebt, wo mal kein Mensch reingehustet hat. Er hat immer in 20 Minuten seine Gebärdenpoesie vorgestellt. Wir hatten einmal ein Konzert in einem Seniorenzentrum, wo wir einen einarmigen Jazz-Sachsofonisten samt Band eingeladen haben. Und das war so mein Beweggrund, in die Kulturszene einzusteigen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, im Moment, über die Kultur kann ich nur eine kleine Gruppe von Menschen sensibilisieren. Und irgendwann wurde ich dann angefragt von der Jungen Union, ob ich nicht den Bereich Kultur übernehmen will. Und nach kurzer Überlegungszeit habe ich zugesagt, weil ich gemerkt habe, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft. Und ich glaube, es ist auch ein Fehler, dass noch zu wenig Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung in der Politik sich an vorderster Front engagieren und Ämter übernehmen. Weil ich glaube, wenn wir täglich miteinander in Berührung kommen, werden wir auch in der Diskussion schon viel weiter, als wir heute sind. Dankeschön. Da würde ich auch gerne noch mal das Stichwort aus dem Publikum aufgreifen, was Sie auch schon angesprochen hätten, die Frage der Wertschätzung. Sozusagen, dass man schon früh anfangen muss, das Thema ganz anders wertzuschätzen. Das haben wir ja der zweite Redner ja auch noch mal betont, wie wichtig es ist, dass man bei den Kindern anfängt. Es ist natürlich so, jeder Mensch hat Werte und die sind halt unterschiedlich verteilt. Auch die Begabungen sind unterschiedlich verteilt. Das tut ja richtig weh, wenn man den ersten Redner hört, der eine Top-Ausbildung hat und keinen Job findet. Ich frage mich, was können wir machen, damit Menschen den Platz finden, der für sie der wichtige ist. Wenn jemand musikalisch ist und findet da seinen Weg, das ist bewundernswert, weil das ja auch ein schwerer Weg ist. Aber wie können wir den Arbeitsmarkt öffnen? Wie kann es in werden, dass wir sagen, wir tun mehr für andere? Wir haben Jobs, die wir zu vergeben haben, wenn es nach dem Krieg Fördner und ähnliche Positionen waren und heute Studierte, Mitbürger sind, die nichts finden, dann ist das für uns eigentlich ein Armutszeugnis. Und die Frage ist, ob man mehr an die Medien gehen sollte, ob man mehr an die Industrie gehen sollte, an die Arbeitgeber. Also ich werde das Thema auch in zwei Wochen in unsere Präsidiumssitzung bringen und da auch noch mal fragen, wie viele Menschen bei uns haben irgendein Handicap? Wo finden sie gute Jobs? Wie glücklich sind sie? Jeder muss sich auch jetzt mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Danke, Herr Laumann. Budget für Arbeit war als ein wichtiges Mittel genannt worden und die Forderung, dass es bei der Assistenz eine Vermögens- und Einkommensunabhängigkeit geben müsse. Also noch mal, das Budget für Arbeit ist eine gute Sache, ohne Frage. Aber Anspruch auf dieses Budget für Arbeit hat ja nun jemand, der jetzt schon in der Eingliederungshilfe ist. Und ich sehe am Arbeitsmarkt vor allen Dingen auch ein Problem, wenn auf der einen Seite die Leute nicht in einer Behindertenwerkstatt sind, aber sie trotzdem keine Chance haben, aufgrund von Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Und dann nützt mir das Budget für Arbeit gar nichts, weil es gar keins gibt. Und das sind also meine Erfahrungen in den vielen Jahren, die vielen behinderten Menschen mit einer guten Berufsausbildung, die gar nicht in einer Werkstatt für Behinderte vorgesehen sind und trotzdem auf dem ersten Arbeitsmarkt nur vor zu und zu stehen, mir schreiben, ich habe schon 500 Bewerbungen verschickt und, und, und. Das sind doch die Dinge, die wir auch als Abgeordnete andauernd in unseren Sprechstunden und in unseren Wahlkreisbüros bekommen, mit der Hoffnung, dass man irgendwie mit Connection da mal irgendwo eine Tür öffnet, was einem im Übrigen gar nicht so leicht gelingt. Gar nicht so leicht gelingt, selbst wenn man dann selber losgeht und sagt, könnte er nicht mal. Und da sehe ich schon ein grundsätzliches Problem. So, und jetzt die zweite Frage. Ich glaube, dass man eben, wenn man eine Reform der Einglöshilfe macht, an all diese Vermögensfragen ran muss, bis zu welcher Höhe das dann ist und so, das muss man da auch mal Einzeldefinitionen überlassen. Ja, es gibt immer irgendwo mal Höhen, ja gut, dann mögen Sie mit dem Kopf schütteln. Es muss auch am Ende alles noch finanzierbar bleiben. Aber ich sage Ihnen, ich sage Ihnen ganz eindeutig, dass eine Reform der Einglöshilfe hier auf jeden Fall große Veränderungen in Ihre Richtung bringen muss. Nun bitte jetzt verlangen Sie nicht von mir, ich bin auch nicht das zuständige Ministerium, die Einglöshilfe ist im Arbeitsministerium. Verlangen Sie mal bitte nicht von mir, dass ich jetzt die Zahlen nenne. Das kann ich nicht, sondern es muss ja in eine Richtung gehen, dass wir dazu kommen, dass auch von der Arbeit, die Sie machen, der Lohn Ihres bleibt. Doch vollkommen klar. Sonst brauchen wir es doch gar nicht machen. Ich meine, die ganze Entwicklung, betreutes Wohnen, das hört sich ja alle so schön an. Die Leute arbeiten über Tag in der Werkstatt und sind im betreuten Wohnen unterbracht. Ja, wissen Sie, dass da die gesamte Finanzierungsgrundlage die sogenannten Hartz-IV-Gesetze sind? Weil man nämlich sagt, ja, Miete und zahlt dann die Grundsicherung und der Lohn, der in der Werkstatt ist, ist da ja meistens noch so niedrig, dass da nicht angerechnet wird. Da ist eine vollkommene Budgetverschiebung von den Trägern der Einglöshilfe in die Bundeskasse passiert. Ich habe ja nichts dagegen, dass es so ist. Nur alle, die jetzt immer sagen, die Einglöshilfe sei nicht mehr so finanzierbar, sollten mal zur Kenntnis nehmen, dass der Bund mit der Grundsicherung der Grundfinanzier für das gesamte betreute Wohnen in der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Zumindest was die Faktoren Miete und Lebensunterhalt angeht. Dass dann die Betreuung über die Einglöshilfe erfolgen muss, ist ja eine andere Baustelle. Also man muss auch mal sehen, dass auch schon auf dieser Ebene eine ganze Menge gemacht worden ist. Und bei der Pflegeversicherungsreform, ich bin gar nicht dagegen, dass die Pflegeversicherung systematisch da mehr einsteigt. Nur was ich nicht machen werde ist, dass am Ende die Pflegeversicherung einsteigt und für die Betroffenen sich nichts ändert und nur der Einglöshilfe-Verträger sich von Kosten entlastet. Die Wette machen wir nicht. Denn dann habe ich steuerfinanziertes Geld, dann habe ich steuerfinanziertes Geld ersetzt durch beitragsfinanziertes Geld. Und dafür bin ich da nicht so sehr, zu haben, sondern da muss es auch wirklich einen Mehrwert geben. Und ich habe schon in meinem langen politischen Leben oft erlebt, dass am Ende die Kosten verschoben worden sind und die Leute haben nichts davon gemerkt. So, wir sind jetzt mit der Zeit schon um, leider. Es gab noch verschiedene Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, mit einer Ausnahme, weil der Herr schon die ganze Zeit da steht, heben Sie die Wortmeldung auf. Wir werden versuchen, in der zweiten Runde da noch zügiger in die Diskussion einzustellen. Uns geht ja ohnehin schon viel um Arbeitsmarkt. Deswegen können wir da auch nochmal verschiedene Aspekte aufgreifen. Bitteschön. Dankeschön. Werner Neugelfeld, Lebenshilfe Leinefelde-Worbes, Vorstandsmitglied im Land Thüringen. Ich möchte hier auch mal erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Ehrenamt auch mal hervorheben. Denn alles das, was wir tun, funktioniert nicht ohne das Ehrenamt. Und der zweite Vorredner hat das schon schön beschrieben, dass man schon in den Kindergärten herangehen muss. Und für mich war es ganz wichtig, dass wir Kindergärten auch, wir haben alle Enkel mit in die Werkstätten mal nehmen, einen Werkstattdach machen. Wir haben eine Kindergartengruppe jetzt erst wieder da gehabt, haben einen Werkstattdach gemacht. Ich habe ein Kind, ein Enkelkind in der Schule, in der vierten Klasse, wir haben die da gehabt, haben einen Werkstattdach gemacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie faszinierend das war, wie unproblematisch die aufeinander zugegangen sind und wie viel Spaß die gehabt haben und hinterher gesagt haben, wir könnten uns gar nicht vorstellen, wer eigentlich die Dübe einpackt, die in unseren Supermärkten liegen. Wer viele Arbeiten für die Automobilindustrie jetzt schon macht und wir reden von Inklusion und sind wir noch mal der Meinung, wir müssten da über einen Kanal springen. Aber wir müssen auch in unseren Werkstätten, in unseren Unternehmen, in unserer Lebenshilfe die Leute von der Straße reinholen. Wir müssen die Handwerker reinholen, wir müssen sie begeistern und müssen sagen, wir wollen Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen, aber die müssen auch mal sehen, was wir tun. Und wenn die dann da waren und haben gesagt, das ist ja faszinierend, wir brauchen doch das Fahrrad nicht unbedingt noch mal zu erfinden, aber wir müssen auch mehr tun als nur eine Zwangsabgabe. Wir müssen wirklich jetzt den Mut auch mal fassen, Behinderte bei uns in die Unternehmen reinzubringen, denn das sind Größen, die sind überschaubar und zuverlässig. Schönen Dank. Danke für den Appell. Das war eigentlich auch schon ein ganz schönes Schlusswort, denn jetzt gibt es eine ganz kurze Kaffeepause. Ich bedanke mich erst mal bei den Podiumsgästen und auch bei Ihnen für die Teilnahme an der Diskussion. Es ist jetzt eine halbe Stunde Zeit. Bitte seien Sie pünktlich um 15.30 Uhr wieder da, denn dann werden wir dem Mann zuhören, der für den Bund mit den Ländern verhandelt und der sozusagen die Länder überzeugen muss, dass sie möglichst viel Teilhabe zulassen. Peter Altmaier. Vielen Dank und bis gleich. Wir kommen zur zweiten Runde unseres Kongresses Barrierefrei und Inklusion in Arbeit und Gesellschaft. Wir wissen, dass in dieser Woche auch das große Monitoring ist. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention, welche Fortschritte im Bereich der Menschenrechte in der Inklusion macht Deutschland. Und es war auch wichtig, dass wir, bevor dies in Genf dann auch verhandelt und berichtet wird, dass wir beispielsweise unsere Institution, die Institution für Menschenrechte, auch mit dem Status A dort haben und dass wir dann auch Handlungsempfehlungen mitnehmen können, die die politische Arbeit hier in Deutschland weiter beeinflussen wird. Und dass dies auch so möglich war und so erreicht wurde mit Verbesserungen in dieser Institution, nämlich weniger nah an der Regierung, mehr näher am Parlament. Und dass wir natürlich dann auch bei den verschiedenen Themen Vergleichsuntersuchungen in anderer Staaten mit aufnehmen. Das ist auch etwas, was unser Kanzleramtsminister Peter Altmaier durchgesetzt hat. Und ich möchte mich bei dir dafür bedanken, dass du so kraftvoll dafür gekämpft hast. Und es gibt noch ein zweites Thema, wo Bund und Länder derzeit streitig ja auch ein Stück weit auf die heilenden Hände von Peter Altmaier ein Stück weit mit angewiesen sind. Das ist die Frage der Teilhaberegelungen, des Teilhabegesetzes. Aber es gibt auch seit Monaten ein Angebot des Bundes, einen Opferfonds aufzubauen für misshandelte, behinderte Heimkinder. So wie bei den ersten Opferfonds, der sich finanziert aus Mitteln des Bundes, aus Mitteln der Bundesländer und aus Mitteln der Kirchen und ihrer Verbände. Und bei der letzten Arbeitssozialministerkonferenz im Dezember, im November hat der Bund nochmal sein Angebot unterbreitet, diesen Opferfonds endlich zu starten, auch Gelder bereitgestellt. Die Kirchen haben signalisiert, dass sie mitziehen. Bayern hat signalisiert, dass es mitzieht. Alle anderen Bundesländer haben abgelehnt. Und das halte ich auch für einen Skandal. Wer gute Teilhabe will in der Zukunft, der muss auch die Sünden und das Versagen in der Vergangenheit aufarbeiten. Und deshalb, wir haben einiges zu verhandeln zwischen Bund und Ländern. Und ich freue mich, dass Peter Altmaier heute unter uns ist, dass er ein Grußwort sprechen wird zu dem, was beim Thema Inklusion, Zusammenwirken, Teilhaben in der Gesellschaft, mittendrin statt daneben, wie wir das weiter politisch vorantreiben können. Peter, komm nach vorne. Ich begrüße auch unseren Generalsekretär Peter Tauber, beide mit dem gleichen Vornamen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bundesländern, lieber Uwe Schummer, lieber Peter Tauber, lieber Hubert Hüppe und alle anderen Kollegen, die ich hier irgendwo zwischen den Reihen erspähe, bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Ich bin kein Experte in diesem Bereich, so wie der Staatssekretär Karl-Josef Laumann und viele andere das seit Jahren sind. Aber ich bin trotzdem sehr gerne gekommen und habe mich gefreut. Zum einen, weil ich mit Uwe Schummer seit vielen, vielen Jahren eng zusammenarbeite und wir teilen in den allermeisten streitigen Fragen die gemeinsame Überzeugungen, auch wenn ich es als Chef des Kanzleramtes nicht immer so deutlich und laut aussprechen kann, wie das für den Uwe möglich ist, weil ich für die ganze Koalition erarbeiten muss. Aber ich bin vor allen Dingen deshalb gerne gekommen, weil ich es für wichtig halte, dass wir solche Tagungen und Kongresse durchführen. Und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig und auf allen Ebenen. Und deshalb überbringe ich Ihnen die Wünsche und die Grüße der Bundeskanzlerin, die sich heute Nachmittag mit einem Staatsbesuch aus einem europäischen Mitgliedsland treffen wird, um wichtige Entscheidungen und Dinge vorzubereiten und sie herzlich grüßen lässt. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gut aufgehoben ist. Wir haben immer gesagt, wir haben immer gesagt, dass vor allen Dingen nach den leidvollen Erfahrungen im Dritten Reich für uns der Mensch eben in seinem Wert nicht zur Disposition steht, dass der Mensch und sein Wert nicht ideologisch bestimmt werden, dass jeder Mensch nicht nur gleiche Rechte, sondern auch einen gleichen Wert hat. Und zwar ganz egal, ob er arm oder reich, groß oder klein, behindert oder nicht behindert ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt unserer Philosophie. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis in das Thema Politik für Menschen mit Behinderungen richtiger Zug reingekommen ist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich, denn es kann doch so schwer nicht sein. Und die Antwort ist, dass ich glaube, dass es eben einem Nichtbehinderten viel schwerer fällt, sich in die Perspektive eines behinderten Menschen hineinzuversetzen und zu erkennen, dass Behinderung eben nichts zu tun hat mit persönlichem Pech oder Versagen oder Fehlern, die man gemacht hat, in den allermeisten Fällen jedenfalls, sondern dass es durch Geburt, durch Unfall, durch Krankheit zu Behinderungen kommen kann. Und manch einer, der vor Kraft jahrelang nicht laufen konnte, konnte dann von heute auf morgen überhaupt nicht mehr laufen, weil er durch einen Unfall oder durch ein anderes Ereignis dann plötzlich den Perspektivwechsel mitgemacht hat, der einem Gesunden so schwerfällt, sich vorzustellen. Oder wenn man als Gesunder in der Situation ist, dass man unter das Messer muss für eine ganz normale Meniskusoperation, wie das mir vor zehn Jahren passiert ist, und da stellen Sie plötzlich fest, wenn Sie alleine leben, was es für ein Akt ist, mit zwei Grücken, einem Teller mit einem schönen Schweineschnitzel von der Küchenzeile zu dem 1,50 Meter entfernten Tisch zu buxieren. Ich rede gar nicht erst vom Eis und von den Pralinen und vom Kuchen, aber man stellt dann fest, dass plötzlich zwei oder drei Stufen eine riesige Herausforderung sind. Mein eigener Vater hatte das Pech, dass er mit 29 Jahren als Bergmann sein rechtes Bein verloren hat, praktisch bis hier oben hin in den Oberschenkel, und dann den Rest seines Lebens behindert war. Und er hatte das Glück, dass in den 60er Jahren die ersten Autos mit Automatik eingeführt wurden, dann konnte er wenigstens Auto fahren und hatte Mobilität. Aber vielen Menschen waren diese Mobilitätsmöglichkeiten jahrzehntelang verbaut, weil niemand daran dachte, für wenige Hundert oder Tausend Betroffene bundesweit angemessene Lösungen zu entwickeln. Und das ändert sich Gott sei Dank, und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren mehr Fortschritte gemacht haben als in den Jahrzehnten davor, und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur, was öffentliche Ausgaben angeht, was das Bewusstsein angeht, dass es nicht um Almosen geht oder um Zugeständnisse, sondern um selbstverständliche Möglichkeiten, auf denen die Betroffenen Anspruch haben, sondern auch im Übrigen, was den Umgang mit Behinderungen angeht. Und da möchte ich mich vor allen Dingen bedanken bei den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die in der Schule dafür sorgen, dass die jungen Menschen heute mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Wir haben das zu meiner Zeit in der Schule, ist darüber überhaupt nicht gesprochen worden. Heute wird es offensiv thematisiert. Und es führt dazu, dass junge Menschen, die mit einer Behinderung leben, ganz anders und viel selbstbewusster auftreten. Und es führt dazu, dass andere, die mit diesen jungen Menschen leben, das auch mit anderen Augen sehen und vielleicht weniger Witze und Scherze darüber machen. Und dieser Prozess, den wir angegangen sind, ist natürlich noch längst nicht zu Ende. In jeder Koalition, in jeder Regierung werden neue Akzente gesetzt. Und wir haben, es kann nicht oft genug sein, gesagt werden, die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009 war ein wichtiger Meilenstein. Damals, lieber Karl-Josef, war ich als Staatssekretär im Bundesinnenministerium daran nicht ganz unbeteiligt. Und da gab es in der Regierung auch Widerstände. Weil viele sagten, oh mein Gott, das kann dann irgendwann mal ein Pull-Faktor werden, wenn dann Leute sich womöglich noch für ein Asylrecht auf eine Behinderung berufen. Oder solche Dinge. Da sind die allerkomischsten Argumente herangezogen worden. Und wir haben dann diese Konvention gezeichnet und ratifiziert. Und wir stellen fest, die Erde dreht sich immer noch um die Sonne. Die Welt ist nicht untergegangen. Und für viele, viele Menschen war damit aber ein Signal der Ermutigung verbunden. Dass wir nicht mehr über Fürsorge reden und Integration, sondern über Inklusion. Das ist zweitens ein Punkt, der in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden kann. Auch das ist im Alltag noch nicht immer ausgefüllt. Und so wie ich Ihnen vorhin sagte, wir müssen lernen, dass auch diejenigen, die keine Behinderung haben, sich in die Perspektive von Menschen mit Behinderung hineinversetzen. Möchte ich diejenigen unter Ihnen, die mit Behinderungen leben und mit Ihnen zu kämpfen haben, auch ermuntern, uns nochmal Ihre Probleme und Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Oftmals weiß man es nicht so genau. Ich habe mich als junger Mensch politisch engagiert im Jahre 1974 für eine Sperrung einer Durchgangsstraße. Das hat mit Ihrem Thema wenig zu tun. Aber da fuhren Jugendliche morgens in die Schule und durch die Durchgangsstraße, das war so eine Umgehungsstraße, fuhren Autos, die abkürzen, den Stau abkürzen wollten. Und es kam mehrfach zu schweren Unfällen, wo dann übrigens auch Jugendliche ihr Leben lang behindert waren. Und da ich auch zu denen gehörte, die mit dem Fahrrad durch diese Straße fuhren, haben wir dann in der Schülerunion einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben und gedacht, naja, das ist ein Sozialdemokrat, da müssen wir wahrscheinlich lange kämpfen, weil der doch nur an die Autofahrer denkt. Nach vier Wochen kam die Antwort und dann hieß es, wir haben Ihren Vorschlag geprüft, der ist vernünftig, die Straße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es hatte nur die ganzen Jahre niemand daran gedacht. Und deshalb brauchen wir Wächter und Leute, die uns auf die Dinge aufmerksam machen, die zu leisten sind. Es ist so, dass wir vor allen Dingen mehr Durchlässigkeit brauchen. Es fängt in der Schule an, wo wir für Inklusion werben müssen. Es geht aber in allen Lebensbereichen weiter. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich weiß, dass im Augenblick sehr viel diskutiert wird über das Thema Bundesteilhabegesetz. Es steht im Koalitionsvertrag und wir haben gleichzeitig dort hineingeschrieben, dass die Kommunen um 5 Milliarden Euro ab 2018 entlastet werden. Und jetzt gibt es eine Diskussion, was ist denn damit verbunden? Die einen sagen, wäre doch ganz schön, wenn man mehr Geld hätte für das Bundesteilhabegesetz. Und dann könnten wir endlich mal ein paar Standards nach oben schrauben. Die anderen sagen, wenn es dazu führt, dass am Ende alles für alle teurer wird, dann werden die Kommunen nicht entlastet, sondern belastet. Und deshalb sind wir in der Frage, wie wir mit diesem Gesetzentwurf umgehen, noch nicht am Endpunkt der Beratungen angekommen. Ob wir die Leistungen direkt übernehmen ab 2018, ob wir sie, wie es im Augenblick eher aussieht, auf anderem Wege den Kommunen geben, das alles ist noch offen. Und daran orientiert sich auch der weitere Fortgang der Beratungen. Ich will allerdings Folgendes sagen, obwohl ich als Regierungsmitglied vom Bundesfinanzminister keinerlei Ermächtigung habe, irgendwelche neuen Ausgabetatbestände zuzusagen. Und darauf lege ich großen Wert, sonst kriege ich noch größere Schwierigkeiten. Ich habe für viele der Argumente, die gebracht werden, Verständnis. Und eine Geschichte, die zum Beispiel Geld kosten wird, ist, wenn man auf die Anrechnung privaten Vermögens in größerem Umfang als bisher verzichtet. Und da sagen viele, warum soll denn das nicht gemacht werden? Und dann sage ich, ja, weil ihr die falsche Perspektive habt. Ich war 1990 EU-Beamter in Brüssel für das freizügigkeitsspezifische Sozialrecht. Und dann habe ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen aus den skandinavischen Ländern unterhalten, die damals der EU beigetreten sind. Und die haben gesagt, für uns gibt es eine ganz klare Regelung. Es gibt Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht ihr eigenes Einkommen erwirtschaften. Die bekommen bei uns Sozialhilfe. Die bekommen Fürsorge. Und es gibt Menschen, die nie imstande waren, ihr Einkommen selbst zu erarbeiten. Das sind Menschen, die mit Behinderungen auf die Welt gekommen sind oder im Kindesalter behindert wurden. Und für diese Leute erbringen wir keine Leistungen der Fürsorge und der Sozialhilfe, sondern Leistungen der sozialen Sicherheit. Wie für jeden Rentner und für jeden, der einen Arbeitsunfall hat, auch. Und dazu passt dann eben keine Bedürftigkeitsprüfung. So, und das ist eine Frage der Perspektive. Und ich finde, Sie müssen diese Debatten und diese Diskussionen führen. Wir werden sicherlich das Gesetz nicht in den nächsten 14 Tagen verabschieden. Es gibt jetzt die ersten Besprechungen der Sozialpolitiker. Es wird noch einige Monate dauern, bis die Koalition zu einem Ergebnis kommt, was wir tun. Ich glaube, dass es sehr wohl Sinn macht, auch über ein Bundesteilhabegesetz nicht nur nachzudenken, sondern eines zu machen. Dann muss man allerdings auch die Frage stellen, inwieweit man dann den Bundesländern Spielräume bei der Umsetzung einräumt, so ähnlich wie das bei der Jugendhilfe geschehen ist. Das ist keine leichte Aufgabe und ich gehöre, wie gesagt, nicht zu den Experten, die jede Verästelung im Gesetzgebungsverfahren nachzeichnen können. Ich will Ihnen aber sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir Menschen mit Behinderungen und ihre Probleme ernst nehmen müssen und dass sich das, was wir tun, auch in unserer praktischen Arbeit niederschlagen muss. Ich brauche überhaupt nicht darauf hinzuweisen, dass es auch in unserem wirtschaftlichen Interesse liegt, weil auch Menschen mit Behinderungen imstande sind, einen enormen Beitrag für diese Gesellschaft und für diese Volkswirtschaft zu leisten. Wir haben in Deutschland heute 43 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und viele sagen, wir brauchen mehr und weitere Zuwanderung. Und da ist auch was dran und es wird niemals wieder eine Situation eintreten, wo ein hochentwickeltes Land wie Deutschland oder Frankreich ganz ohne Zuwanderung auskommen. Aber wir müssen auch einen Blick darauf werfen, welche Arbeitskräftepotenziale wir im eigenen Land haben, die nicht genutzt sind. Und meine Erfahrung ist, dass oftmals Menschen mit Behinderungen über Stärken verfügen in Bereichen, die sie unheimlich wertvoll machen für eine Arbeit, egal in welchem Fachgebiet auch immer. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir den Menschen den Weg zur Beschäftigung ebnen wollen, wenn wir die Potenziale, die wir haben, besser heben wollen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, wie wir neben Werkstätten auch andere Leistungsanbieter zulassen, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unterstützen. Sie alle kennen die Diskussion in ihren Details wesentlich besser als ich. Es gibt mit Sicherheit, wenn Sie dann darüber nachdenken, wie beispielsweise auch der Umgang und die Hilfe für Menschen mit Behinderungen ist, wenn sie älter werden. Ich habe eine Nachbarin, die ist auch auf den Rollstuhl angewiesen und die kann natürlich, solange sie einigermaßen jung und fit ist, ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie mehr Unterstützung und mehr Hilfe braucht. Und deshalb müssen wir uns auch in einer älter werdenden Gesellschaft mit demografischem Wandel die Frage stellen, was muss denn geschehen, dass auch ein Altern in Würde für diese Menschen mit Behinderungen in Zukunft möglich ist. Ich habe Ihnen einige Punkte genannt, die uns in der Bundesregierung umtreiben. Wir werden, und das kann ich Ihnen zusagen, immer dann, wenn Uwe Schummer, wenn Karl-Josef Laumann, wenn Hubert Hüppe und wie Sie alle heißen, ich sehe noch mehr Kollegen hier im Grund, Matthäus Strebel, wenn Sie Ihre Stimme erheben, sehr genau aufpassen und hinhören. Und ich kann mit den schwachen Möglichkeiten, die der Kanzleramtsminister hat in der Politik, weil er kann immer nur werben, er kann nicht befehlen und er kann nicht anordnen, sondern er ist darauf angewiesen, dass die Kollegen ihn unterstützen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich werde mit dazu beitragen, dass in den Koalitionsausschüssen, in den Kabinettssitzungen und in all den Gremien, wo der Uwe und der Karl-Josef nicht immer anwesend sind, auch dieses Thema seinen Stellenwert findet. Vielen herzlichen Dank. Applaus Ja, willkommen zurück zur zweiten Runde. Wir wollen da anknüpfen an ein Thema, was wir schon in der ersten Runde auch schon ein bisschen diskutiert haben, nämlich Arbeit und Beschäftigung aus der Praxis für die Praxis. Ich möchte dazu sagen, es hat in der Pause ein bisschen Beschwerden gegeben, dass einige Wortmeldungen nicht gesehen wurden. Ich werde darauf achten und wenn Sie aus der ersten Runde noch ein Anliegen haben, dann bitte gern noch mal zu Wort melden, auch wenn es jetzt nicht zum Thema Arbeit und Beschäftigung ist. Wir haben es in der Einleitung gehört, es gibt fast eine Million Schwerbehinderte Beschäftigte und ich habe bei der Bundesagentur für Arbeit noch mal die aktuellen Zahlen abgefragt. Im Februar waren 185.000 Menschen mit Behinderung als arbeitslos gemeldet, davon 70.476 im SGB III, sprich Arbeitsförderung registriert und deutlich mehr, 114.623 im SGB II. Die Tendenz, auch das haben wir heute schon gehört, ist steigend, psychische Erkrankungen werden zunehmen, Belegschaften werden älter und die Bundesagentur für Arbeit stellt selbst in einer Broschüre fest, dass die Ursache für die Behinderung meist eine im Lebenslauf erworbene Krankheit ist. Und wie wir uns da besser darauf einstellen können, was wir müssen, was am Ende allen zugutekommen wird, den Unternehmen, den Betroffenen, der Gesellschaft, das möchte ich jetzt mit den Experten hier auf dem Podium diskutieren. Und da möchte ich zunächst ganz links von meiner Seite aus gesehen Herrn Alfons Adam begrüßen. Er ist Sprecher der Schwerbehindertenvertretung in der Automobilindustrie. Er ist zum einen Ansprechpartner nach innen, als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen in der Daimler AG, zum anderen aber auch nach außen. Er ist Konzern-Schwerbehindertenvertreter der Daimler AG Deutschland. Und er hat die ganze Bandbreite sozusagen im Blick. Also er beschäftigt sich zum einen mit der Ausbildung junger Menschen mit Behinderung, kümmert sich zum anderen aber auch um älter werdende Belegschaften. Herzlich willkommen, Herr Adam. Danke. Danke, dass Sie hier sind. Neben mir sitzt Monika Labrouillet. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, arbeitet seit 1993 im Bereich der beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens Füngeling-Router. Das ist ein Inklusionsdienstleister, der mit dem Prinzip der integrativen Arbeitnehmerüberlassung arbeitet. Und ein bisschen muss man sich, glaube ich, wie das Prinzip der Zeitarbeitsfirmen vorstellen, dass Arbeitnehmer mit Behinderung ausgeliehen werden, aber gleichzeitig von Ihnen weiterqualifiziert werden. Da sind wir gespannt, später noch mehr darüber zu hören. Vielen Dank, dass Sie da sind. Meine nächsten Gäste sind im Doppelpack gekommen sozusagen. Ludger Peters und Herr Jan Barenzma. Sie sind beide von der Elterninitiative Kindertraum Nettetal. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der 1994 gegründet wurde von einer Gruppe von Eltern mit behinderten Kindern. Die wollten, dass ihre Kinder aus dem Kindergarten in eine Regelschule wechseln. Und dann hat die Gemeinde gesagt, ja, könnt ihr machen, aber es darf kein Geld kosten. Und die Arbeit hat sich inzwischen auf verschiedene Bereiche ausgeweitet. Also nicht nur Schule, sondern auch Ausbildung, Beruf, Gesellschaft. Und beide sind momentan mit einem Projekt befasst, von dem wir gleich noch mehr hören werden, was ein ganz ungewöhnliches Projekt ist und wo auch der Anfang nicht ganz so leicht ist, war. Aber inzwischen ist, glaube ich, der Erfolg oder die Umsetzung ganz gut gelungen. Sie haben auch noch Gäste mitgebracht. Und zwar die leitende Sozialpädagogin, Frau Nicole Krohm, sowie sechs Betroffene, die an unterschiedlichen Standorten, an drei Standorten im Arbeitsprozess begleitet werden vom Verein. Wo sind die denn? Können die mal kurz winken? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mitgekommen sind. Ja, Herr Adam, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Wie stellen sich denn die Betriebe auf die Zunahme von Arbeitnehmern mit Behinderung ein? Und wie kann man, das ist ja eigentlich die Kernfrage, den ersten Arbeitsmarkt so organisieren, dass wenn Menschen mit Behinderung zurückkehren wollen, dass sie dann nicht rausgedrängt werden oder eben rausgemobbt werden? Ja, ich möchte auf alle Fälle erst mal damit anfangen, mich für die Einladung zu bedanken bei Uwe, bei Herrn Kauder. Weil als Sozi ist es ja nicht üblich, dass man auf einem Podium der CDU-CSU-Fraktion sitzt, auch wenn wir jetzt eine große Koalition haben. Also schönen Dank dafür, dass ihr mich zu Wort kommen lasst. Und auch, ich muss unbedingt einen erwähnen, mit dem ich vier Jahre lang unheimlich gut zusammengearbeitet habe, empfinde ich zumindest so. Und das ist Hubert Hüppe. Und ich darf als Sozi sagen, obwohl ich natürlich gegen Verena Bentel überhaupt nichts habe und sie sehr schätze und mag, ich fand es sehr schade, dass der Bundesbehindertenbeauftragten in der Situation der großen Koalition nicht mehr Bundesbehindertenbeauftragter war, weil das Thema der Behindertenpolitik ein so schwieriges und umfangreiches Thema ist, in dem man erst wahrscheinlich wieder eine Regierungskoalition oder was auch immer braucht, um da wieder fest reinzukommen. Und Hubert war da richtig klasse auf dem Gebiet. Und wir waren viel zusammen unterwegs. Ich möchte mich einfach an dieser Stelle dafür, Hubert, bei dir nochmal herzlich bedanken. Und jetzt habe ich noch einen Satz zu sagen und den muss ich zu Herrn Laumann und den muss ich auch zu Herrn Kauder sagen. Ich bin als Schwerbernernvertreter und auch als politischer Akteur, ich bin auch zu Hause noch in meiner Gemeinde als Gemeinderat schon über 20 Jahre tätig, kümmere mich um Schulpolitik und all diese Dinge, sehr lange jetzt an diesem Thema dran ist. Schon fast zehn Jahre, um mitzuhelfen, etwas zu verändern in Deutschland, was uns hilft, das AGG und die UN-Behindertenrechtskommission umzusetzen. Und wenn ich dann von Herrn Laumann und von Herrn Kauder höre und auch von Herrn Kauder die Geschichte mit seiner Schwägerin, das macht mich dann sehr nachdenklich. Weil ich erwarte, egal von wem in der Politik eigentlich immer, Vorschläge zu machen, die uns weiterbringen in dem Inklusionsgedanken und die uns auf den Weg bringen, etwas mehr zu machen, als wir in der Vergangenheit gemacht haben und was wir auch vielleicht versäumt haben. Weil wenn ein Fraktionsvorsitzender die Geschichte mit seiner Schwägerin erzählt und manche mögen ihnen dann in der Republik zuhören, das sind dann immer so Leute, die sagen, ist doch eigentlich alles in Ordnung, wenn der Kauder das so sagt. Und das finde ich eben nicht, weil der Volker Kauder auch nicht weiß, ich unterstelle es mal, wie es seiner Schwägerin gehen würde, wenn sie inklusiv untergebracht wäre mit gesunden, mit nicht behinderten Menschen. Und ich finde das ein bisschen schade, wenn Politiker das immer so anführen. Und ich hoffe, dass ihr das dem Volker Kauder auch vielleicht von mir so weiterbringt. Also es schadet uns. Ja, und dann habe ich schon gesagt oder Sie haben mich vorgestellt, ich bin einer derjenigen mit ganz wenig Lobbyismus hier in Deutschland oder ein Sprachrohr als Lobbyist sozusagen. Da gibt es viele andere, die, ich sage so mal, viel dichter an der Politik sind. Und so habe ich diese Veranstaltung auch heute verstanden. Ich dachte, heute kommen behinderte Menschen zur Sprache und eher nicht Verbände oder Institutionen. Weil dann habe ich immer das Gefühl, wenn Verbände und Institutionen dort zur Sprache kommen, dass unsere Anliegen dann einfach untergehen. Und ich glaube, das Thema Lohngestaltung können wir getrost den Gewerkschaften überlassen. Das kann eh kein Politiker bestimmen. So wichtig es ist, für den Einzelnen auch sein mag. Das ist mir einfach ein Anliegen gewesen, das in dieser Runde einfach noch mal zu sagen. Und wenn ich sage, ich spreche von uns, ich bin auch schwerbehindert. Ich bin seit 1993 schwerbehindert. Ich bin durch Fußball und Handball schwerbehindert geworden. Und ich will das auch extra so bewusst sagen, weil nicht jeder Schwerbehinderte in Deutschland ist so scheinbar schwerbehindert, wie du das zum Beispiel bist oder jemand, der gehörlos ist oder sowas. Wir müssen aufpassen, dass wir dort eine richtige Diskussion führen. Weil wenn wir immer nur Rollstuhlfahrer oder immer nur Schwerstbehinderte in den Vordergrund schieben, habe ich das Gefühl, dass wir viele Arbeitgeber auch erschrecken bei dem Gedanken, wie kriegen wir es hin, behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance zu geben. Der größte Teil der Menschen sind eher so wie ich, die aus meinem Betrieb zumindest. Und deswegen ist mir das einfach ein wichtiges Anliegen, das so zu sagen. Ja, was erlebe ich auf dem ersten Arbeitsmarkt? Ich erlebe und ich muss diesen Zahlen glauben, dass wir ungefähr 37.000 Firmen haben, die keinen einzigen schwerbenernten Beschäftigten in Deutschland. Beschäftigungspflichtige. Ich bekomme mit, dass ungefähr 100.000 Unternehmen die Beschäftigungsquote in Deutschland nicht erfüllen. Ich bekomme mit, dass Unternehmen, die eine Beschäftigungsquote von 3,5% in Deutschland haben, von Politik hofiert werden, weil sie angeblich vorbildlich sind, weil sie einen Aktionsplan abgeschlossen haben. Niemand hinterfragt aber, wie wird denn dieser Aktionsplan überhaupt gelebt? Verstehen Sie, was ich sagen will? Ich bekomme mit dieser Veranstaltung auch im Positiven mit, aber ich merke eigentlich insgesamt in Deutschland nicht so unbedingt, dass sich auf dem ersten Arbeitsmarkt was bewegt. Ich erlebe, und da haben wir erst eine Zahl gehört, dass die Behindertenwerkstätten stetig steigen. Ich erlebe, als jemand, der in Bremen im Integrationsbeirat ist, wo über Förderhilfen entschieden wird, ich erlebe Anträge, wenn wir unsere Sitzungen haben, von Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt, ich sage nur mal eine Summe, die spinne ich mal so dahin, von 17.000 Euro für ein Vierteljahr, dann treffen wir uns erst wieder. Und ich erlebe Anträge, die durchgewunken werden sollen, von mehreren Millionen Euro für Behindertenwerkstätten. Und das ist natürlich etwas, das eigentlich diesen Gedanken der Inklusion aus meiner Sicht völlig widerspricht. Ich erlebe weiter, dass nicht nur große, sondern auch mittlere Unternehmen sich aufgrund des Marktes, auf Druck des Marktes hin, immer mehr verschlanken müssen, dass immer mehr Arbeitsplätze, die wir, wenn wir sie schon für unsere Belegschaft, die wir in den Betrieben haben, verloren gehen, wo wir unsere Schwerbehinderten und auch älteren Menschen, das darf man fast nicht mehr auseinanderbringen, einsetzen können, gehen verloren. Ich erlebe den Druck dieser Märkte auf unsere Betriebe und ich erlebe eigentlich immer weniger Bereitschaft, etwas mehr dafür zu tun, sondern es wird eigentlich immer weniger. Ich erlebe Unternehmen, die schwerbehinderten Menschen und in besonderer Weise, wenn sie dann auch eine psychische Erkrankung erleiden, eher aus dem ersten Arbeitsmarkt rausdrängen und die vielleicht dann irgendwann eine Chance in der Werkstatt wiederfinden. Obwohl unsere Gesellschaft eigentlich ihr Teil dazu beigetragen hat und ich sage bewusst unsere Gesellschaft und nicht diese Unternehmen, dass diese Erkrankung, der psychischen Erkrankung immer weiter stetig wächst. Das ist ja keine Sache von Arbeit. Das kann ja auch eine Sache von Langeweile sein, das muss man eigentlich mal dazu sagen. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Und wir kommen unsere Verantwortung in dieser Frage nicht nach. Ich erlebe auch Bundesagenturen für Arbeiten, das ist regional sehr unterschiedlich, die bei der Frage, habt ihr behinderte Menschen für unseren ersten Arbeitsmarkt, wenn wir Menschen einstellen zur Verfügung, die alle ganz erstaunt gucken und sich schütteln und wissen eigentlich gar nicht, was ich von denen will. Die den 81er gar nicht kennen in der Ausprägung, dass der Arbeitgeber ja auch mal die Agentur für Arbeit abzufragen hat, wenn er Stellen besetzt, ob nicht schwerbehinderte oder arbeitssuchende schwerbehinderte auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Ich erlebe nach der Frage, gibt es in der Bundesagentur für Arbeit oder irgendwo, gibt es dort geeignete junge Menschen, die für eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt in Frage kommen, bekomme ich von vielen nur ein Kopfschütteln. Und ich erlebe, und das ist das, was ich unbedingt sagen möchte und ich hoffe, ich habe die Chance, nachher darauf noch mal drauf zu kommen. Ich erlebe, dass Inklusion, und ich finde, das ist für jemanden wie mich als schwerbehinderten Vertreter aus einem Unternehmen, Schule, Übergang, Arbeit, eigentlich das wichtigste Thema, um die anderen Themen will ich mich nicht kümmern, weil da gibt es genügend, die es tun sollen. Ich erlebe, dass Inklusion nur in den Betrieben stattfindet, wo es schwerbehinderten Vertretungen gibt, die man hat groß werden lassen, die man hat schul, die man geschult hat und die selbstbewusst durchs Leben gehen und dort findet Inklusion statt. Sonst erlebe ich Inklusion in Deutschland nicht. Dankeschön, das waren sehr harte Worte. Frau Labouillet, wir wollen von Ihnen mal hören, wie es denn auch ganz konkret auch anders laufen kann und was da für die Rahmenbedingungen sind, nämlich das Routerprinzip, was Sie da in der Praxis anwenden. Wie sieht es aus, wie kommen Sie mit den Unternehmen zusammen, was für Vorbehalte gibt es? Also ich habe jetzt bis 5 Uhr Zeit, um Herrn Adam davon zu überzeugen, dass ich ihn vielleicht in bestimmten Bereichen unterstützen kann. Also das heißt, im Routerprinzip oder sagen wir mal so, wir hatten 2003 haben wir mit der Arbeitsagentur Köln, mit dem Integrationsamt Köln und einigen Unternehmen der Region zusammengesessen. Ich selbst komme so aus der klassischen Integrationspädagogik und die große Frage war, wie schaffen wir es eigentlich, dass nach Maßnahmen, nach überbetrieblichen Ansätzen diese Menschen oder bei uns waren es dann zumeist junge Menschen in die Arbeitswelt hineinkommen und dann halt auch in der Arbeitswelt verbleiben können. Wir hatten, bei meinem damaligen Arbeitgeber waren wir halt auch Integrationsunternehmen geworden und das größte Problem war, wir waren Bildungsträger und haben mit sehr viel Erfolg junge Menschen qualifiziert, die zwischen Werkstatt und allgemeinem Arbeitsmarkt standen und unser Integrationsunternehmen war mit acht Plätzen schnell voll. Das heißt, der 9., der 10., der 11. hatte keinen Platz und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir das, dass wir mit unserem System in regionale Wirtschaftsunternehmen reingehen und 2004 ist dann das Integrationsamt Köln mit uns einen ganz innovativen Weg gegangen und da kann ich nur dankbar sein, dass sie uns so viel Vertrauen gegeben haben. Wir haben gesagt, wir gehen als Integrationsunternehmen in Wirtschaftsunternehmen rein und bauen von da aus Arbeitsstrukturen auf und wir haben lange gesucht, dass die einzige Möglichkeit, die sowas ermöglicht ist, halt sie müssen Arbeitnehmer bei Lassa werden und dann haben wir uns das AUG angeguckt, hatten halt auch noch Unterstützung aus stark Zeitarbeit, also wo auch der Ansatz ganz klar Richtung Integration ging und haben uns im Grunde aus dem AUG alles geklaut, was wir brauchten, um einen neuen Integrationsweg in die Beschäftigung zu bringen. Ich mache den Wurf nach heute. 2005 wurden wir dann auch wieder Bildungsträger, wir wurden Dienstleister der Werkstätten. Heute unterstützen wir im Großraum Köln über 50 Wirtschaftsunternehmen und beschäftigen, qualifizieren, unterstützen circa 200 Menschen der Zielgruppe für Integrationsprojekte und Werkstätten in betriebsintegrierten Arbeitsplätzen. Das heißt, wir qualifizieren und beschäftigen ausschließlich in Wirtschaftsunternehmen und die Erfahrungen, die ich mit Wirtschaftsunternehmen mache, sind sehr positiv. Ich glaube aber, ein Zauberwort sind unsere Arbeitstrainer, also wir sind in den Unternehmen vertreten, bevor wir überhaupt über eine Qualifizierung, einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz sprechen oder die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung reden, gehen wir in die Unternehmen, arbeiten in den Unternehmen mit und bauen von innen heraus Strukturen auf und was ich merke ist, gerade Unternehmen aus dem KMU-Bereich, die brauchen Unterstützung, die brauchen verlässliche Unterstützung und seit 2012 sind wir an eine Entwicklung gegangen, von der habe ich ehrlich gesagt nie geträumt. Es kommen heute Unternehmen zu uns und sagen, baue uns inklusive Strukturen aus, helfe uns aus der kooperativen Beschäftigung, dahinter steht die integrative Arbeitnehmerüberlassung, eigene Strukturen aufzubauen und eigene Integrationsabteilungen aufzubauen und die kaufen sich ganz verbindlich unsere Dienstleistungen ein, weil sie sagen, wir brauchen langfristig Unterstützung und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen Inklusion haben, müssen wir ganz ehrlich darüber sprechen, braucht ein Mensch vielleicht den Werkstattplatz, dann kann er halt im Rahmen eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes sich wunderbar in der Arbeitswelt weiterentwickeln, wenn er dann auch die Unterstützung auf dem Arbeitsplatz bekommt und zusätzlich auch nochmal Unterstützung im Rahmen von flankierenden Schulungen und was ich halt auch sehe, wir sind Dienstleister für fünf große Werkstätten, ich glaube, es geht im Verbund, also wenn man sich das so in Großraum Köln anguckt, wir arbeiten für Bildungsträger, wir arbeiten für das Integrationsamt, die Arbeitsagentur, ich glaube, wenn man mal institutionelle Grenzen einfach wegnimmt und sagt, im Verbund werden wir stärker, da kann ja ganz viel draus entstehen, also und es geht mit heutigen Gesetzen, ich glaube, das ist so mein Wunsch an das Bundesteilhabegesetz, ich würde mir wünschen, dass neben Ausschreibungen auch individuelle Wege verstärkt möglich werden und gleichrangig auch behandelt werden, weil ich sage mal, wir brauchen zum Teil für die Vorbereitung von Unternehmen anderthalb bis zwei Jahre, weil wir müssen erstmal Wissen in die Unternehmen auch reinbringen und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass es neben Werkstätten alternative Anbieter gibt, weil ich glaube, in Unternehmen tätig zu werden, Strukturen in Unternehmen so aufzubauen, dass sie verbindlich sind, Netzwerke zu schaffen, damit Mitarbeiter auch innerhalb des Unternehmensverbundes wandern können, das ist eine ganz besondere Aufgabe, da muss man 100 Prozent Aufmerksamkeit haben und ich glaube, dass im Verbund da ganz viel möglich ist. Das ist schon heute mit den heutigen Gesetzen, ich glaube, wir haben ein Handlungsproblem, gar nicht so sehr ein Denkproblem. Herr Peters, Sie hatten Anfang 2011 die Idee, Menschen mit Behinderung im Freilichtmuseum Dornburg einzusetzen und zwar da ganz nach ihren Fähigkeiten, so wie es der Verein ja schon in anderen Projekten auch ganz erfolgreich umgesetzt hat und trotzdem gab es da erstmal Widerstand. Erzählen Sie doch mal davon. Ja, vielleicht muss ich noch den einen oder anderen Satz zu der Entstehungsgeschichte, diese Elterninitiative sagen, weil heute angeklungen ist, man müsste in der Kita mit der Inklusion beginnen und das über die Schule fortsetzen. Der Ansatz ist ja richtig. Wir haben uns 1994 als Eltern zusammengeschlossen, weil unsere Kinder damals einen integrativen Kindergarten besuchten und uns ist eigentlich bei der Frage, wie geht es denn jetzt weiter gedämmert, dass Inklusion auch eine vertikale Komponente hat. Es gibt eine ganz logische Konsequenz daraus, dass wenn ein Kind einen integrativen Kindergarten besucht hat, es ist anders sozialisiert und zwar sowohl das behinderte als auch das nicht behinderte Kind und wenn es dann eben die Schullaufbahn hinter sich gebracht hat von der Grundschule über die weiterführende Schule, dann muss in irgendeiner Form auch ein Übergang in das Berufsleben geschafft werden. Wir reden in der Bildungspolitik immer wieder davon, dass wir also den Übergang Schule, Beruf hinkriegen müssen, um gut ausgebildete Fachkräfte zu haben. Wenn ich Inklusion betreibe und wenn ich das also in großer Ernsthaftigkeit auch für behinderte Menschen mache, dann muss ich diesen Weg auch gehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das alles furchtbar schwierig gewesen ist und wir haben aber unwahrscheinlich viel Hilfestellung bekommen aus der Wirtschaft heraus. Der Beginn ist eben über eine Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck gelaufen. Der Weg dahin war sehr steinig, das war im Jahr 2008. Ich selbst bin Vater eines Jungen mit Down-Syndrom. Ich möchte auch Herrn Kauder nachdrücklich widersprechen mit seiner Einstellung, dass Menschen mit Down-Syndrom am besten in der Werkstatt aufgehoben sind und auch nicht in der Regelschule unterrichtet werden können. Das ist vollkommen falsch. Man muss nur die richtigen Instrumentarien zur Verfügung stellen und das haben wir als Eltern getan, indem wir Integrationshilfen organisiert haben. Das tun wir bis heute. Wir haben die Schulen nicht im Stich gelassen. Wir haben 1994 den Schulen, mit denen wir verhandelt haben, versprochen. Wir Eltern stehen dafür gerade, dass nicht nur die Sonderschullehrer da sind, die ihr braucht. Später wurden sie dann Förderschullehrer. Sondern ihr sollt auch die Integrationshelfer haben. Und der Verein Kindertraum liefert Integrationshelfer bis heute an vier verschiedenen Schulen in der Stadt Nettetal. Das sind überwiegend Studenten der Sozialpädagogik. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges in Spielen. Nettetal liegt direkt an der niederländischen Grenze, ist die Nachbarstadt von Venlo. Und diese jungen Leute, das sind Leute, die studieren alle in Neimbägen Sozialpädagogik, also in einer niederländischen Hochschule. Und sie werden doch von Anfang an auf den praktischen Weg gebracht. Sie müssen nämlich drei bis vier Praxistage während ihres Studiums in der Woche absolvieren und haben nur einen einzigen Hochschultag, an dem sie dann eben geballt theoretische Informationen bekommen. Ansonsten müssen sie in der tätigen Arbeit nachweisen, dass sie geeignet sind für den Beruf, den sie gerne ergreifen möchten. Das war für uns ein großer Glücksfall, dass wir diese jungen Leute für uns aufgespürt haben. Wir haben mit dem Sozialhilfeträger, dem Kreis Viersen, eine Verhandlung geführt darüber, dass wir dann eben entsprechend budgetiert werden. Wir übernehmen dann allerdings auch noch Einzelfallintegrationshilfen. Wichtig ist uns, dass ein Regelschullehrer in der Klasse ist, dass ein Sonderschullehrer mit einem angemessenen Stundenkontingent in der Klasse ist und dass bitteschön nur ein einziger Integrationshelfer in der Klasse ist. Also diese erwachsenen Maximierungen in der Inklusionspädagogik, die geht mir so auf die Nerven, das ist also grauenhaft. Es reicht wirklich, wenn einer dabei ist, weil die nichtbehinderten Kinder letzten Endes eine unglaubliche Inklusionshilfe von sich aus leisten können. So, das wollte ich jetzt zu dem ganzen Thema sagen. Die Probleme in der Dorenburg waren eigentlich gar nicht so furchtbar groß, weil wir in einen laufenden Prozess hineingegangen sind. Ich habe damals festgestellt, dass der Kreis Viersen große Probleme damit hatte, dieses Freilichtmuseum zu unterhalten. Es gab große Geldschwierigkeiten. Dort stehen mehrere Gebäude, niederrheinische Bauernhöfe zu einem Teil aus Fachwerk mit entsprechenden Dächern, die aber im Laufe der Jahre nicht besonders gut gepflegt waren, einfach weil dem Kreis das Geld fehlte. Und wir haben damals im Verein die Idee gehabt, könnten wir da nicht etwas tun. Wir haben geistig behinderte Menschen in zwei Jugendherbergen untergebracht, die in der Küche, in der Hauswirtschaft, in der Wäschepflege und so weiter tätig sind, die übrigens in diesem Prozess, wir haben damit 2008 begonnen, inzwischen voll und selbstständig zu diesen Teams gehören. Es sind betriebsintegrierte Arbeitsplätze, sie sind also alle in der Werkstatt. Sie gehören aber fest zum Team. Es käme in den Teams bei der Jugendherbergen niemand auf die Idee, von denen zu reden, sondern sie sind alle wir. Das ist eine Inklusion, die sich eben im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und da möchte ich etwas aufnehmen, was Frau Schenk gesagt hat eben. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Wenn man Menschen mit Behinderungen fördern will, dann braucht man Zeit, dann braucht man sehr viel Geduld und man braucht Partner, die bereit sind, einen solchen Prozess mitzumachen. Und dann kann man auch eben über diese Gründlichkeit eruieren, welche Fähigkeiten haben die eigentlich? Wo kann ich diese Menschen einsetzen? Welche Stärken haben sie und wo sind sie möglicherweise durch Defizite nicht in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen? Wenn alle beteiligten Partner das wissen und sich darüber einig sind, dass sie da eben auch hin und wieder vielleicht auch den einen oder anderen Verlust, vielleicht auch wirtschaftlichen Verlust hinnehmen müssen, dann funktioniert eine Form von Inklusion. Denn dann passt sich eben auch der nichtbehinderte Mensch und auch der Arbeitgeber diesen Anforderungen an. Das ist also ganz entscheidend. Wir haben im November 2011 begonnen mit drei Menschen mit Behinderungen, die wir auch über die Werkstatt ermittelt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das bis heute fantastisch, was die geleistet haben. Es war kalt, es war regnerisch. Die waren bis dahin in der beschützenden Werkstatt. Die haben unter einem Dach gearbeitet und standen jetzt plötzlich im Regen, im Schnee, sollten draußen arbeiten, Aufräumarbeiten vornehmen. Und das war eine Riesenherausforderung für diese Menschen. Und ich habe eine wirklich sehr hohe Hochachtung davor, mit welcher Beharrlichkeit und vor allen Dingen mit welcher Freude sie diese Arbeit dann letzten Endes angenommen haben. Die haben so eine super Arbeit gemacht, das kann man ihnen also eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Der Kreis Viersen hat da einen wirklich sehr großen durchschlagenden Erfolg mit gehabt, weil dieses Museum heute ganz anders sich darstellt. Dann kommt das Projekt. Genau. Herr Barensmann, Sie sind ja Projektleiter. Was können Sie denn aus der Umsetzung erzählen und was ist eigentlich die größere Herausforderung? Also die Mitarbeiter zu betreuen oder die Vorbehalte auf der anderen Seite abzubauen? Also ich denke, die Vorbehalte auf der anderen Seite abzubauen, sind auf jeden Fall schwieriger als die Menschen mit Behinderung zu betreuen und zu motivieren. Das kommt aus Ihnen selbst. Also die Leute, es gab eine Ausschreibung 2011 für die ersten drei Plätze, die wir hatten. Die Leute, die sich darauf beworben haben oder wenn man ehrlich ist, auch in der Werkstatt ein bisschen dahin geschoben worden sind, weil das waren nämlich nicht ganz so beliebte Leute dort, muss man auch mal sagen. Die wollten was machen. Die wollten sich weiterentwickeln. Und von daher war an deren Motivation gab es überhaupt kein Problem. Die Leute, die im Museum gearbeitet haben, selber hatten nicht alle eine Vorstellung davon. Was bedeutet das, wenn jetzt jemand hier mitarbeitet, der eine Behinderung hat? Können die überhaupt was leisten? Wird uns das was bringen? Ist das nicht wieder irgend so eine Maßnahme, die dann in zwei Jahren ausläuft, wenn die Finanzierung zu Ende ist? Das waren halt so die Dinge, denen wir gegenüberstanden. Und man muss auch sagen, dadurch, dass das Gelände in einem relativ desolaten Zustand war, hatten wir auch viel Pack an. Also wir konnten direkt mit Vollgas loslegen. Es war wirklich ein bitterkalter Winter, minus 15 Grad damals, 2011. Was aber überhaupt kein Hindernis war. Und das Besondere eigentlich an dem Projekt Dorenburg ist, gar nicht so sehr diese oberflächlichen Arbeiten wie das Gelände äußerlich zu verschönern, sauber zu halten, dass der Besucher tolle Wege hat. Das Besondere daran ist, dass wir versucht haben, oder es auch umgesetzt haben, in diesem Museum klassisches Handwerk zu vermitteln an die Menschen mit Behinderung. Was dem Leben niemals jemand zugetraut hätte, dass sie lernen können, wie verfache ich ein Fachwerkhaus? Wie verarbeite ich Lehm, wie es früher mal gemacht worden ist? Wie muss ich mauern ohne irgendwelche Laserlote oder irgendwas dazu zu benutzen? Also ein hochkomplexes Handwerk, was wir nach und nach mit Unterstützung von Fachkräften den Leuten vermittelt haben, was sie für unsere Verhältnisse wesentlich schneller gelernt haben, als wir es jemals gedacht hätten. Und wir inzwischen so weit sind, dass wir so weit es möglich ist, in klassischer Weise dort ein Haus wieder errichten, was in der Umgebung des Museums gestanden hat, ein Arme-Leute-Haus aus Wachtendonck, was dem Museum geschenkt wurde und dort jetzt als Ausstellungsort wieder errichtet wird von uns in Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem Museum und den Fachkräften aus dem Mauerhandwerk und Restaurationshandwerk. Dankeschön. Also wir haben jetzt auf dem Podium gehört, zum einen auf dem ersten Arbeitsmarkt sehr wenig Bewegung von Herrn Adam bis hin zu, so sind Projekte schon realisierbar geworden und damit würde ich die Diskussion gerne eröffnen. Als erstes den Herrn hier ganz links, der sich schon in der ersten Runde vergeblich gemeldet hatte. Vielen Dank, dass ich als erstes reden darf. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Steffen Helbing. Ich bin der Vorsitzende vom Landesverband der Gehörlosen in Brandenburg und ebenso für den Visuellkommunikation KVS, KZV und Abgeordneter vom Land. Zentrum für Visuellkommunikation, da haben wir bereits schon 15 Leute eingestellt, die hörend sind, aber eben auch gehörlos. Von 2009 bis jetzt sind es eben, ach nee, 92 wurde das gegründet und 98 haben wir sogar den Landesverdienstorden erhalten für unsere Tätigkeit. Viele Gehörlose in Brandenburg haben eben die Probleme in Arbeit zu kommen, weil es eben immer noch Barrieren gibt und vor allen Dingen eben dieses Bild in den Köpfen sehr festgefahren ist. Es fehlt einfach die Aufklärung und wir hatten uns dann beraten und haben dann eben die Firma gegründet, um die Firmen, die gerne eben Schwerbehinderte einstellen wollen, eben auch Gehörlose, einfach mal den Hintergrund zu erklären, was es denn überhaupt bedeutet, gehörlos zu sein und was man da eben speziell beachten muss. Weil viele haben eben das Verständnis gar nicht, sind ja nie mit Gehörlosen in Kontakt gekommen und denen fehlt einfach dieses Hintergrundwissen. Und wir haben dann selbst Gehörlose eingestellt und die haben dann eben auch Aufklärung betrieben und später in den Firmen fing das dann mit ein, zwei Gehörlosen an. Die Chefs, die haben ganz großartige Erfahrungen damit gemacht und waren dann eben auch bereit, noch mehr Gehörlose einzustellen. Also es liegt immer an dem Wissen, an dem Hintergrundwissen, ganz oftmals gibt es keine Berührungspunkte und man kann sich das eben nicht vorstellen. Wenn man dann erstmal Aufklärung betreibt, geht das ganz einfach. Vielen Dank. Ich würde erstmal ein paar Fragen sammeln wollen. Der Herr ganz hinten links in dem blauen Hemd, bitte. Dann die Dame. Ich wusste nicht, dass ich ein blaues Hemd an habe. Mein Name ist Kiesinger, ich bin Psychologe und auch Unternehmer. Und was mich ärgert ist, dass, Sie wissen, 40 Prozent der Langzeitarbeitslosen sind momentan als psychisch krank eingeschätzt. Es gibt in Berlin zum Beispiel keine einzige Reha-Einrichtung für psychisch Kranke, auch in Brandenburg nicht. Die Berliner Jobcenter stand in der Morgenpost letzte Woche, haben teilweise bis zu zehn Prozent ihrer Eingliederungsgelder nicht umgesetzt. Gleichzeitig haben wir versucht, über Gesundheitsstadt Berlin 500 psychisch Kranke auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Es hieß, es gibt kein Geld. Da wussten wir noch nicht, dass zehn Prozent zurückgegeben wird. Und es hieß gleichzeitig, es gibt ja gar nicht 500 psychisch Kranke, die arbeiten wollen. Also mir scheint, dass es notwendig ist, auch wirklich, der Herr hat erzählt, die Schwerbehinderten haben das nur, die Vertretungen durchgesetzt. Da mag was dran sein, aber viele psychisch Kranke, da gibt es keine Schwerbehinderung für die. Die sind auch nicht eindeutig ersichtlich wie ein Rollstuhlfahrer oder ein Mensch mit Down-Syndrom. An diesem Punkt ist unsere Gesellschaft so, dass sie gleichzeitig die Integrationsfachdienste abwickelt und die Servicestellen bei den Rehaeinrichtungen und den Rentenversicherungen kennt niemand. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt in Berlin ein breites Kooperationsnetzwerk, was 500 Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt bringen will. Und wir brauchen Unterstützer aus Ministerien, aus der CDU und und und, damit es umgesetzt wird. Und weil sonst heißt es, es wäre nicht innovativ genug. Und wie gesagt, wir haben die Leute, es gibt die Firmen. Aber was die Frau von Füngerling sagte, das Entscheidende sind die Vermittlungscoaches, die Lotsen, die mithelfen, das zu machen. Weil viele Firmen trauen sich einfach nicht, einen Schwerbehinderten einzustellen, weil sie denken, das ist so kompliziert und den kriege ich nie mehr los. Und um Gottes Willen, da fange ich gleich gar nicht an. Diese Stellen werden im Moment abgewickelt und gleichzeitig wird Geld zurückgegeben. Die Bundesagentur hat, glaube ich, anderthalb Milliarden zurückgegeben. Also ich finde, es braucht mehr Mut und es braucht mehr entscheidungsfähige Leute. Heute ist die CDU hier vertreten. Ich denke, hier ist die richtige Kombination jetzt in der großen Koalition im Bund und in Berlin, um etwas umzusetzen. Also ich habe eher einen, Sie merken, einen Punkt. Es gibt Instrumente, es gibt Leute, die das umsetzen wollen, es gibt Firmen. Aber die Vermittlungsstrukturen, die funktionieren nicht. Das ist mein Plädoyer. Dankeschön. Wir haben noch sehr, sehr viele Wortmeldungen. Ich würde jetzt noch zwei annehmen, dann erstmal kurz aufs Podium und dann hier weiter. Ich würde Sie bitten, sich kurz zu fassen, damit so viel wie möglich zu Wort kommen können. Hier war eine Dame, die sich gemeldet hat. Genau. Also ich bin Christina Schulz, ich komme aus Göttingen und bin zweite Vorsitzende des Bundesvorstandes der Werkstatträte. Ich möchte hier an der Stelle aufräumen, also die Werkstatt ist keine Deppenveranstaltung, wir können für uns selber reden, wir setzen uns auch selber für den Erhalt von Werkstätten ein. Und zu der Frau Labrouillet würde ich ganz gerne sagen, also gerade für unsere seelisch erkrankten Kollegen ist Arbeitnehmerüberlassung kein gangbarer Weg, denn die meisten sind Opfer von Leiharbeit und ich würde Sie ungerne in die Strukturen zurückschicken wollen, die Sie richtig krank gemacht haben, weil krank sind wir schon, mehr braucht man nicht davon. Danke. Hier vorne der Herr im Rollstuhl. Ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin Michael Wiesewinkel, bin Behindertenbeauftragter der Stadt Lübbecke in NRW und wie man sieht, selbst Betroffener, bin Rollifahrer von Geburt an und möchte mal ein ganz kurzes Praxisbeispiel geben, wie ich Behinderungen und erster Arbeitsmarkt erlebt habe. Herr Laumann hat in der ersten Runde gesagt, ja es gibt ja schon gewisse Unterstützungsmechanismen, die Unternehmen abgreifen können. Es gibt Fördergelder, es gibt da eine ganze Menge Dinge, aber sie kommen nicht an. Genau das habe ich letztlich auch erlebt. Als ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen fertig gemacht hatte und von meinem Unternehmen, wo ich heute auch noch arbeite, übernommen wurde, brauchte ich diverse Hilfsmittel, die zusammen so 14.000, 15.000 Euro kosteten nach Kostenvoranschlag. Über die Höhe kann man sich immer wieder streiten. Ich finde, da machen Hilfsmittelversorger auch eine Menge Geld an falscher Stelle. Aber gut, dann ging es darum, einen Kostenträger zu finden. Und das war nicht ganz einfach. Das hat sich über vier Jahre mit Gericht, mit einem Sozialgericht hingezogen. Mir wurde am Ende sogar von einer Arbeitsagentur, und das muss man sich vorstellen, leider nur unter vier Augen gesagt, ja beantrage doch Rente, dann brauchen wir uns nicht weiter streiten. Ich habe gesagt, geben Sie mir das schriftlich, dann machen wir das nächste Fass hier auf. Letztlich wollte es also niemand bezahlen. Ich habe vier Jahre zugebracht. Selbst das Gericht, der Sozialrichter hat gesagt, das ist so kompliziert. Ich weiß im Moment auch nicht so richtig. Und wenn der schon nicht weiß, dann sehe ich schwarz. Also irgendwie muss das Ganze noch deutlich entschlackter und entspannter werden. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den ich noch gerade anmerken möchte, ist, in der ersten Runde haben wir gesagt, vielleicht kann so ein behinderter Mensch auch oder behinderte Menschen müssen mehr wieder zum positiven Image eines Unternehmens gehören. Das finde ich ein Stück weit richtig. Ich möchte aber betonen, dass wir behinderten Menschen nicht unbedingt dafür arbeiten möchten, weil wir ein gutes Image für das Unternehmen geben. Wenn das nebenbei der Fall ist, ist das schön. Aber letztlich möchten wir arbeiten, weil wir qualifiziert sind, weil wir eine gute Arbeit leisten. Und ich überspitze das jetzt mal nicht als Werbefigur des Unternehmens darstellen, was uns anstellt. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal ganz kurz zurück ans Podium. Wie kann man denn den Unternehmen die Angst, die Angst in Anführungsstrichen nehmen? Ist der erste Arbeitsmarkt wirklich immer, immer erstrebenswert? Und die zweite Frage auch, was würden Sie von der Politik noch erwarten, dass Sie da stärker als Unterstützung tun können, um den ersten Arbeitsmarkt da zu fördern? Die Öffnung des ersten Arbeitsmarkts. Also zur ersten Frage, wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, indem wir die Grenzen in unserem Kopf einfach mal weggelassen haben und nicht in irgendwelchen Schienen oder Strukturen gedacht haben, sondern einfach irgendwo hingegangen sind und was angefasst haben und ausprobiert haben. Und zwar nicht beidseitig. Nachdem, was braucht das Unternehmen, was sind die Bedürfnisse auf dieser Seite und was brauchen die Menschen mit Behinderung ganz individuell, damit sie die Bedürfnisse des Unternehmens erfüllen können. Und das hat eigentlich immer am besten funktioniert. Und an solchen Beispielen und an der ganzheitlichen Information für beide Seiten, für die Firmenseite und für die Menschen mit Behinderung, daran sind die ganzen Sachen gewachsen. An Beispielen und an Wissen, was wir reingebracht haben in die Unternehmen. Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Das, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. In der Jugendherberge in Brüggen, wo wir angefangen haben, arbeiten im Moment sieben Menschen mit Behinderungen, die wir betreuen, weil sie aus der Werkstatt kommen. Dazu kommt aber eine Rollstuhlfahrerin, die genau diese großen Probleme gehabt hat. Sie hat eine tolle Ausbildung gemacht und fand keinen Arbeitsplatz. Es gab unwahrscheinlich viele Probleme. Dadurch, dass wir da sind, dass unsere Sozialpädagogin mit da ist, kann die betreut werden. Ihr wird also auch geholfen. Letzten Endes hat sich das übrigens bei anderen Arbeitgebern mittlerweile herumgesprochen, dass wenn wir irgendwo einsteigen, dass sie möglicherweise davon auch profitieren, weil sie auch andere Menschen mit einem Defizit bei sich beschäftigen könnten. Wir haben solche Anfragen und ich finde das unglaublich ermutigend, dass genau dieses Geben und Neben inzwischen bei uns stattfindet. Das ist eine ganz kleine Zelle, aber die scheint zu funktionieren. Frau Labrie. Ja, ich sag mal, dass wir integrative Arbeitnehmer bei Lassa sind, das hat einen bitteren Beigeschmack, ist so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die einzige Form, wie wir als Integrationsunternehmen rechtlich und gut verankert auch jede Zollprüfung standhalten. und was sich, ich nenne es lieber kooperative Beschäftigung, darüber einfach gezeigt hat, ist, wenn ich als Integrationsunternehmen in ein Wirtschaftsunternehmen gehe, wo der Unternehmer Angst hat und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie mache ich das eigentlich, wie gehe ich mit einem Menschen um, der ein Handicap hat, was ich gar nicht sehe, was ja wirklich oft bei vielen Behinderungsarten auch gegeben ist. Und ich kann da hingehen und kann sagen, ich schlage eine kooperative Beschäftigung vor. Das heißt, es geht um ein Unternehmen, es geht um einen Mitarbeiter, es geht nicht um Kurzfristigkeit, sondern um Langfristigkeit. Wir bauen eigentlich im Rahmen der kooperativen Beschäftigung Arbeitsverhältnisse auf, die unbefristet sind. passt überhaupt nicht zum AEG, aber das Risiko gehen wir einfach als Firma jetzt mal ein. Dann entsteht Zuversicht und Vertrauen. Und ich erlebe, wir können als Integrationsunternehmen zeitgleich könnten wir 55 Mitarbeiter einstellen. Wir kommen gar nicht dazu, weil halt die Unternehmen nach einer gewissen Zeit, wenn halt auch Erfahrung da ist, diese Mitarbeiter übernehmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn sie in den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsbereich gehen, es ist halt gerade auch für kleine Unternehmen immer ein gewisses Risiko. Und die sind froh, wenn sie sich das Know-how, und da geht es ihnen eigentlich darum, sie kaufen sich das Arbeitstraining ein, sie kaufen sich einen gemeinsamen Austausch ein, dass das halt einfach verbindlich an ihrer Seite ist. Und ja, was wünsche ich mir vom Bundesteilhabegesetz? Die gleichen Möglichkeiten für Integrationsunternehmen, wie auch für Werkstätten betriebsintegriert tätig zu werden. Ich glaube, das wäre ein großer Wurf, weil Unternehmen stellen zum Teil nicht ein, weil sie einfach auch nicht wissen, wie sie es machen können. Herr Adam, aus Ihrer Praxiserfahrung, wann funktioniert es? Ja, ich habe Ihnen ja in meinem ersten Statement so ein bisschen gesagt, was wir in Deutschland so erleben. Ja, wie funktioniert es? Also als erstes möchte ich mal sagen, dass es einem Unternehmen, dass es für ein Unternehmen kein finanzieller Nachteil gegenüber den Wettbewerbern sein darf, wenn er schwerbehinderte Menschen beschäftigt, ob er sie ausbildet, ob er sie beschäftigt oder wie auch immer. Das ist ein großes Mankro. Und ich finde, wir müssen auch viel mehr darüber reden und wir müssen Unternehmen, die sich dort wirklich bemühen, in ganz besonderer Art und Weise auch hochheben auf ein Podest und müssen sagen, wir finden das toll, was ihr macht. Und das müssen aber auch Zahlen sein, weil wir reden über sehr viele Menschen. Viele Unternehmen, und ich rede hier, das hat man mitbekommen, für viele Schwerbehindertenvertreter aus großen, aber auch aus kleinen Betrieben. Viele Unternehmen, die schreiben ja auch dann mal Vereinbarungen auf. Aber wie zulässig sind denn oder wie verlässlich sind vereinbaren? Wie verlässlich sind die überhaupt? Wie ist die Rechtsfolge? Jeder kennt aus dem SGB IX die Integrationsvereinbarung. Jeder kennt das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und Unternehmen fühlen sich durch solche Vereinbarungen manchmal auch unter Druck gesetzt, aber theoretisch können sie ja sagen, okay, wir vereinbaren das mit euch, aber wir halten uns überhaupt nicht dran. Es muss also bestimmte Rechtsfolgen dafür auch geben. Und ein Unternehmen braucht so Menschen, jetzt zeige ich hier auf mich, aber so Menschen wie mich, mich hat man ja groß werden lassen. Ich bin jetzt fast 25 Jahre in der Schwerbehindertenvertretung. Das war von Anfang an nicht immer leicht. Es war ein ganz steiniger Weg bis heute, wo mein Vorstandsvorsitzender zu mir sagt, also wir hoffen, dass wir dich so lange wie möglich im Unternehmen behalten können. Wir brauchen solche Menschen, die sich um das Thema Gesundheit kümmern. Und Politik muss unter und wir, wir müssen den Unternehmen die Angst nehmen, dass wir jetzt hier als Schwerbehindertenvertreter oder als Gesundheitsexperten oder so im Betrieb keine zweite Mitbestimmungswelle aufmachen wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nur sehen, dass wir Menschen begeistern können für die Arbeit in der Schwerbehindertenvertretung. Und dazu gehört, dass sie bestimmte Möglichkeiten haben und dass sie auch ihren Rücken frei haben und dass nicht jeder mit ihnen umspringen kann, wie er will. Das sind so Dinge gegeben. Wir sind gut im Arbeitsschutz in Deutschland. Und es gibt Sicherheitsbeauftragte. Die sind bestellt. Die haben gewisse Rechte auch dem Arbeitgeber gegenüber. Aber es sind keine Gremienpolitiker, genau wie wir. Wir sind im Umweltschutz sind wir gut, weil es Umweltschutzbeauftragte gibt. Und ich finde jetzt, wo wir bemerken, dass wir immer mehr behinderte Menschen in Deutschland haben und immer mehr Ältere, und ich bringe das auch in eine Verbindung miteinander, weil damit wächst auf alle Fälle die Zahl der behinderten Menschen, müssen wir solchen Leuten eine Chance geben. Und wir dürfen keine Angst schüren. Und das habe ich am Anfang vielleicht ein bisschen gemacht mit meiner Aufzählung. Aber wir müssen, und da brauchen wir die unbedingte Unterstützung der Politik, dass die Arbeitgeber gestärkt werden. Ich erlebe, oder wir alle erleben, dass Arbeitgeber, die betroffen sind, die Berührung haben in ihrer Familie mit Behinderung oder Alter, immer für uns offen sind. Da steht jede Tür offen. Aber wenn wir mit jemandem zusammentreffen, der frisch von der Uni kommt, und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mittlerweile, wir treffen ja alle nur noch auf BWLer. Und die studieren alle dasselbe. Und die interessiert das überhaupt nicht, was ich mit denen dort bereden will. Ich muss also von 100, muss ich einen finden. Und ich habe die Feststellung gemacht, das ist im Vorstand leichter. Weil da hat jeder die Erfahrung mit Behinderung. Und das ist sehr schwierig. Wenn aber auch diese ganzen BWLer, Entschuldigung, ich entschuldige mich auch dafür. Ich will das auch nicht nur so negativ machen. Mein Schwiegersohn hat BWL studiert, meine Schwiegersochter ist dabei. Aber ich finde, wenn diese BWLer in der Schule erlebt hätten und auch im Kindergarten erlebt hätten, mein Nachbar war behindert, dann würden die doch jetzt auch in einem Betrieb nicht mehr so auftreten, wie sie es heute tun. Also diese Erfahrung, die wünsche ich ganz vielen Menschen mit diesem Thema umzugehen. Noch ganz kurz was dazu. Ich würde einfach gerne auch nochmal so eine ganz kurze Geschichte zu einer Unternehmensentwicklung sagen. Und zwar das Jugendherbergswerk Rheinland, wo wir halt als Dienstleister tätig sind. Wir sind da ähnlich wie der Kindertraum zur gleichen Zeit gestartet. Da bin ich mittlerweile Inklusionsbeauftragter, auch im erweiterten Vorstand. Und das Jugendherbergswerk Rheinland stellt sich vor, in 36 Jugendherbergen können inklusive Arbeitsplätze entstehen. Insbesondere halt hier auch im Bereich der betriebsintegrierten Arbeitsplätze, weil in der Jugendherberge kommen viele junge Leute hin und wenn dann eine Tasse runterfällt, ist das nicht so schlimm. Und es ist eine andere Form von Hotel. Und ich glaube, was wichtig ist, ist halt, dass die Arbeitgeber genauso wie die Mitarbeiter, die in die Unternehmen gehen, einfach wissen, es gibt einen hohen Qualitätsstandard der begleitenden Werkstätten, Inklusionsdienstleister, Bildungsträger oder wer immer es ist, die halt in den Unternehmen qualifizieren, unterstützen, die die Unternehmen mit ihren Teams, wie auch die Menschen mit Handicap, ihnen die Möglichkeit geben, einfach zusammenzuwachsen. Und dann glaube ich, können wir hier ganz viel machen. Und ich hoffe, dass das ein Teil des Bundesteilhabegesetzes wird, da wirklich zu sagen, wir bauen da individuelle Wege auf und gehen vielleicht mittlerweile auch mit Koffer da rein, weil das Jugendherbergswerk will ausbilden, das will beschäftigen, es will Zukunft schaffen und dann brauchen die nicht mehr einzelne Träger, sondern die brauchen Kofferträger, die halt Werkstatt und Bildung und Beschäftigung in einem mit anbieten können und alles aus einer Hand. Ich glaube, dann schaffen wir schon verdammt viel. Dann würde ich gerne jetzt nochmal in eine zweite Fragerunde, bevor ich hier zur Mitte komme, ganz hinten links, genau, mit dem weißen Hemd und der grauen Weste. Genau, Sie hatten sich nämlich schon in der ersten Runde gemeldet. Ja, hallo, hier ist Edi Tust aus Leipzig. Ich bin die Interessenvertreter auch in der CDU, Mitteldeutschland und Netzwerkenforum. Ja, also ich verfolge das wirklich sehr aufmerksam. Aber ich stelle fest, wir haben Mitglieder der Bundesregierung noch hier, warum tun wir erstmal nicht die Gesetze anwenden, da wo schon die es schon sind, die Länderverfassungen, auch das Grundgesetz, auch die UN-Kommission, beziehungsweise auch der EU-Vertrag, das ist auch enthalten. Einfach schon einsetzen, was erstmal kein Geld wird. Hauptsache, es geht richtig los. Also bis 2017, 2018 hatte Herr Gabriel ja im Fernsehen gesagt, sollen wir warten? Also, das kann ich nicht verstehen. Ja, und ich finde, wir sollten hier wirklich dran denken, viele, viele Behinderte mitzunehmen. Ja, besonders auch im Arbeitsleben und man sollte die Behindertenwerkstätten auch für Vereine, Verbände öffnen. Also eine Odyssee, ganz kurz, ich komme aus dem sportlichen Bereich, da ist es sehr schwer, Behindertenmitarbeiter aus Werkstätten für den Sport zu gewinnen, weil nach 16 Uhr oder 17 Uhr kommt drauf an, die Strukturen überhaupt nicht mehr stimmen. Ja, die kommen eben nicht mehr weg, ländlichen Raum fahren keine Busche mehr, ja, oder keine Bahn. Ja, das ist ja alles nicht behinderisch, wurde ja vorhin sehr viel gesagt. Ja, und dazu rufe ich auch mal die Bundesregierung jetzt auf, die Abgeordneten, die jetzt hier noch vor Ort sind, gehen sie, setzen sich mal zusammen und regieren sie vor allen Dingen auch mit uns Behinderten, die jetzt schon da sind, die schon Politik machen, aber ausgeschlossen werden aus sämtlichen wichtigen Entscheidungen. Ja, das sehe ich jetzt bei Verena Bendelet. Ja, sie arbeitet gar nicht mit uns. Ja, also sie macht eine Landkarte, da sollen wir uns eintragen, was da jetzt schon so ist. Ja, und ich denke, man muss Arbeit machen. Ja, leider sind es Gesetze, die mit Agenda 2010 auch mit eingeführt werden. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung jetzt mal in der Übergangsphase einige Gesetze mal zurücknimmt, dass es auch wieder lebenswert ist, Menschen mit Behinderung und vor allen Dingen die Biokratie muss abgebaut werden. Das Kind kommt auf die Welt, da hat man schon den ersten Papierstapel, das geht in die Schule, der nächste, in die Berufsausbildung, der nächste, will man eine Leistung haben, einen Rollstuhl oder wie ich jetzt hier lese, gerät. Ja, da muss man schon sehr viel Protokoll und vor allen Dingen auch eben jetzt die Gutachter, ja, da könnten sehr viel eingespart werden. Ja, und vor allen Dingen sehr viel könnte schneller auch in der Pflegeversicherung nebenbei. Wir müssen unserer Hausärzte vertrauen, die wissen schon, was mit seinem Patienten ist. Da braucht man nicht noch extra medizinischen Dienst. Ja, und deswegen schlage ich vor, bitte, bitte, so schnell wie möglich. Es brennt wirklich sehr viele Behinderten. Warten drauf, sehr dringend. Und ein Aufbruch an die Bundesregierung, macht bitte was. Und ich bitte Sie dringend im Namen aller Behinderten. Ich kenne nicht alle, aber die ich kenne, die fordern das. Tschüss, schönen Dank. Dankeschön. Ich habe vier... Gut, eine noch und dann habe ich der Herr ganz hinten, dann gibt es hier in den zwei vorderen Reihen vier Wortmeldungen und dann ganz links, genau. Bitte, der Herr da hinten. Jetzt müsste es gehen, oder? Gut. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Sascha Paupolek, Schwerbehindertenbeauftragter des Landkreises Altötting und Kollege Adam und Schwerbehindertenvertretung allerdings im öffentlichen Dienst im Landratsamt Altötting. Das liegt in Südostoberbayern. Ich bin... Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Wir haben letzte Woche eine Schulung in Berlin gehabt und da war auch eine Frage, wie kriegen wir Arbeitgeber dazu, Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber erst mal fünf Minuten schweigen im Walde. Ich habe mich dann zu Wort gemeldet und habe gesagt, es gibt ja jetzt schon vom Staat Förderprogramme. Und ich habe gesagt, wir müssen den Arbeitgebern diese Programme nahe bringen. Aber das kann nicht nur an den Programmen liegen, es muss auch an den Rahmenbedingungen getan werden. Das wird dem Teilhabegesetz hoffentlich der Fall sein. Aber ich glaube, wenn wir das Teilhabegesetz erschaffen und da neue Wege gehen, die wir gehen müssen, sollten wir auch das Sozialgesetzbuch 9, das ist ja auch die Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, aber nicht nur, weil es geht auch teilweise alle Menschen an, auch gleich überarbeiten. Und da gehört ja noch ein ganzer, ein kleines Schwänzchen dazu angesetzt. Die sollten auch angepasst werden an diese Behindertenrechtskonvention. Das ist mein Zeigtes Leben aus der Praxis heraus. Was auch wichtig ist, ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da war letzte Woche, glaube ich, eine Diskussion im Plenum des Hohen Hauses her. Ich glaube, da sollten wir auch nochmal schauen, was ist BGM? Das ist die Abkürzung, ja. Wie wird das richtig gemacht? Weil in vielen Unternehmen wird das nicht richtig gemacht. Das ist auch immer ein, was will das Unternehmen? Also da sollte man vielleicht auch nochmal darauf achten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Ich würde Sie bitten, so kurz wie möglich, weil wir ja schon wieder so gegen Ende sind, dass wir noch möglichst viele Fragen dran nehmen können. Der Herr, der in der ersten Reihe sich von mir aus gesehen ganz rechts befindet, mit dem Hund. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Wären Sie einverstanden, wenn wir den Herrn ganz vorne zunächst, und dann aber gleich danach Sie. Ja? Der Herr in der ersten Reihe, bitte. Mein Name ist Olaf Lichy, ich leite den Arbeitskreis Behindertenpolitik und Inklusion der CDA Niedersachsen. Ich möchte Herrn Altmaier insbesondere nochmal danken für seine Rede, in der er unter anderem dazu aufgerufen hat, dass wir als Behinderte uns in die Politik einmischen, in die Politik hineingehen. Es war eigentlich meine Intention, als ich in die CDU eingetreten bin, den Politikerinnen und Politikern deutlich zu machen, was benötigen wir als Behinderte. Genau das, was Herr Altmaier gesagt hat, das kann ein Nichtbehinderter nicht nachempfinden. Das müssen wir selber machen. Es ist ein schwerer Weg, so weit durchzukommen, dass man beispielsweise einen Arbeitskreis leitet. Auch dort treffen Sie auf viele Widerstände, auf viel Glauben oder Unglauben an Ihre Fähigkeiten. Ich kann nur dazu raten, halten Sie es durch, machen Sie mit. So können wir den Inklusionsweg nur gehen. Danke. Dankeschön. Der Herr in der dritten Reihe. Genau. Mein Name ist Siegfried Gold. Ich möchte jetzt da noch was ansprechen. In der Arbeit von Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen sind oft schwerer als andere Menschen. Von Mopping, was sie Mopping bedroht. Und zwar ganz hinterhältigerweise, als wenn sie oft gar nicht bären können dagegen. Das wird so hinterhältig gemacht. Und dann, wenn sie oft ankommen, wird sie sogar zu Verschwingheit bei Donner, damit er auch nicht aufkommen. Wofür kann man dem entgegensteuern? Dankeschön. Dankeschön. Der Herr mit dem weißen Pulli. Ja, Moin Moin zusammen. Ich wollte also aus Friese auch mal was sagen. Also, Inklusion in die Gesellschaft. Das habe ich mir in meinem neuen Leben zur Aufgabe gemacht. Ich wurde im Jahre 2007 so kaputt geschlagen. Ich habe Mädchen in der Disco und Getränk spendiert. Und ihr eifersüchtiger Ex-Freund hat mich so kaputt gemacht. Ich habe das Projekt First Togetherness ins Leben gerufen. Englisch benannt, weil ich sage, wir müssen überall wieder lernen, miteinander zu leben. Ich gehe in die Schulen, humpel in die Schulen, zeige den Kindern, wie schlimm Gewalt ist. Und ich sage zu den Mädels, ihr wisst gar nicht, was ihr für eine Macht habt. Dann kichern die rum. Ich sage, ja, die coolen Maka, die wollen alle euch Mädels gefallen und euch vielleicht nur noch mit nach Hause nehmen. Wenn ihr denen aber klar macht, so, ey Maka, du bist voll der Schlapschwanz, wenn du dich rumschlägst, dann werden die sich zehnmal überlegen, was sie tun. Wir müssen eine gesellschaftliche Veränderung irgendwie stattfinden lassen. Und die muss klein anfangen. In den Kindergärten haben wir gehört, Inklusion, das Miteinander muss gelebt werden. Dankeschön. Dankeschön. Hier vorne in der zweiten Reihe. Sie hat sich gemeldet. Achso, Sie brauchen das Mikrofon. Ja, mein Name ist Andrea Henkel. Ich komme aus Flensburg, begleite heute den Herrn Detlefs, der sich ja auch schon in der ersten Runde zu Wort gemeldet hatte. Ich habe auch selbst eine Behinderung von Geburt an, Spina Bifida, also in erster Linie eine Gehbehinderung. Und ich finde, dass hier jetzt in der zweiten Runde mehrfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt angesprochen wurde, nämlich, dass die Unternehmen aufgeklärt werden müssen darüber, welche Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben und was können sie leisten. Und da möchte ich auch ein Stück weit dem widersprechen, was anfangs gesagt wurde, nämlich der Satz, nicht die Gesellschaft muss auf die Behinderten zugehen, nee umgekehrt, nicht die Behinderten müssen auf die Gesellschaft zugehen, sondern die Gesellschaft auf die Behinderten. Es müssen beide Seiten ein Stück weit aufeinander zugehen. Und gerade wenn es darum geht, um die Aufklärung von Unternehmen, sind Menschen mit Behinderung und auch Behindertenverbände viel, viel stärker gefragt, das zu machen. Denn wer kann diese Aufklärung besser leisten als diejenigen, die selbst mit den Behinderungen leben und wissen, wovon sie sprechen. Und ich finde, da haben wir ein paar ganz, ganz tolle Beispiele jetzt schon gehört. Ich denke da zum Beispiel an dieses erste Projekt, wo es um die Vermittlung von Taubstummen-Menschen in den ersten Arbeitsmarkt ging. Und davon brauchen wir mehr. Es wird immer gesagt, die Politik muss und es wird gesagt, die Unternehmen müssen. Natürlich brauchen wir politische Rahmenbedingungen, aber es sind eben auch die Behinderten und die Verbände selbst gefragt, da noch viel, viel stärker Aufklärungsarbeit zu leisten in den Unternehmen. Dankeschön. Ganz kurz, weil die Zeit wirklich ausläuft. Hier war eine Wortmeldung, dann kommen Sie dran. Es gab hier eine Wortmeldung noch und hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann würde ich erst Sie bitten, den Herrn da hinten mit Mikrofon. Ja, kommt, ist auf dem Weg. Mein Name ist Klaus Möck, ich bin promovierter Diplom-Informatiker und seit ein paar Jahren auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Darüber hinaus selbstständig tätig, das war notwendig, weil eben eine Arbeitslosigkeit davor war. Eine selbstständige Tätigkeit für Assistenznehmer ist so gut wie nicht möglich, weil das Vermögen bzw. die Rücklagen für das Unternehmen gleich als Vermögen gewertet werden. Das ist eine Problematik, die in der Politik selten bekannt ist. Des Weiteren bin ich auch CDU-Mitglied und ehrenamtlich im Landesfachausschuss für Soziales der CDU Baden-Württemberg. Diesbezüglich bin ich stinkesauer, wenn es darum geht bzw. wenn es heißt, es darf keine neue Ausgabendynamik geben. Bitte mal Anreize schaffen, bitte mal überlegen, was die Bürokratie der Bedürftigkeitsüberprüfung kostet. Wir von Nizza haben hier 500 Millionen ausgerechnet, die jährlich hier verbraten werden. Das muss nicht sein. Es müssen auch Anreize da sein, dass ich, wenn ich gute Arbeit leiste, dass ich dann auch eine Gratifikation annehmen darf. Kann ich im Moment nicht. Ich muss meinem Chef sagen, vielen Dank, nett, aber geben Sie es einem Kollegen. Oder ich gebe es direkt dem Sozialamt. Diese Anreize sind nicht da. Und wenn diese Anreize da wären, dann würden auch viele mehr arbeiten und nicht nur so viel, wie sie gerade verdienen dürfen. Das möchte ich gerne auch zu Bedenken geben. Dankeschön. Danke. Der Herr da hinten, bitte. Ja, Helmut Greiner nochmal. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Arbeit und Beschäftigung ein Stück weit zurückgehen. Das, was der Herr Adam dann auch nochmal kundgetan hat. Ich glaube, was es wirklich auch ein Stück weit braucht, ist einfach mal eine Stärkung innerbetrieblicher Akteure. Und das ist die Schwerbehindertenvertretung mit Sicherheit ein ganz großes Fund. Betriebsräte überhaupt gar keine Frage. Aber auch die Unternehmen selber müssen an der Stelle ein Stück weit gestärkt werden. Und um die, sage ich mal, auch ein Stück weit zu stärken, glaube ich schon, ist es wichtig, dort Bewusstsein hineinzubringen in die Köpfe derjenigen, die es letztendlich verändern können und eigentlich auch machen müssen. So, und das, glaube ich, ist einfach ein großes Ding, was umgesetzt werden muss. Dazu muss ja klar, und ich denke, das geht wirklich dann auch in Richtung Regierung beziehungsweise Politik, diese Politik muss so gestaltet werden, dass sie für Menschen tatsächlich auch greifbar ist, dass sie anwendbar ist. Das kann nicht sein, dass man irgendwelche Geschichten macht. So wie der junge Mann hier sagt, dass er vier Jahre braucht, um sich irgendwo durchzuklagen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wollen ein inklusives Leben eigentlich haben, einfordern und tun relativ wenig dafür. Wir haben hier ein Beispiel und da ein Beispiel, diese Best-Practic-Beispiele, super klasse. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und überall, glaube ich, da, wo wirklich auch was passiert, muss man wirklich den Hut vorziehen und sagen, super. Aber da steckt gar keine Struktur dahinter, sondern das hat was damit zu tun, weil ich irgendjemanden direkt berührt habe. Die beiden Herren dort, die sind deswegen aktiv geworden, weil sie selbst betroffen waren an der Stelle, dass sie gesagt haben, wir müssen dort was tun. Und ich glaube, das ist das eine, was auf jeden Fall richtig ist und das sollte auf jeden Fall auch so bleiben. Aber die Politik muss auch Struktur herstellen, dass alle anderen zwangsläufig in diese Ecke hineingebracht werden. Für die Schwerbehindertenvertretungen, da stehe ich meinem Kollegen sofort bei, selbstverständlich im SGB IX, und dass man dort eine Reform herbeibringt, die letztendlich den Schwerbehindertenvertretern oder diejenigen, die dort Akteure sind, nicht eventuell, sondern maßgeblich stärkt, aber auch die Unternehmen an der Stelle stärkt, also nicht nur im Regen stehen müssen. Dankeschön. Jetzt würde ich gerne noch zwei Wortmeldungen, und zwar die Dame da hinten. Und dann hat es hier in der ersten Reihe die Dame mit dem schwarzen Pulli und der Kette, genau. Und dann würde ich gerne nochmal hier in die Runde... Habe ich noch eine ganz wichtige, dringende Wortmeldung übersehen? Ja, also mein Name ist Claudia Rustige, ich bin Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsunternehmen, und ich möchte jetzt nochmal sagen, hier wird ja immer von den Unternehmen gesprochen, und ich vertrete ja mittlerweile rund 800 Unternehmerinnen und Unternehmer in der Bundesrepublik, die ja auch zeigen, dass man durchaus mit einer Quote von 40 Prozent besonders betroffenen Schwerbehinderten nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten kann. Und ich möchte einfach anbieten, und das ist auch sozusagen dann sicherlich auch nochmal mein Job, mit den Schwerbehindertenvertretungen zusammenzuarbeiten, weil wir können auch, denke ich, vielen anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen auch zeigen, wie es funktionieren kann und dadurch auch Ängste abbauen und eben auch den Schrecken und die Angst vor der Quote nehmen. Vielen Dank. Die Dame mit der Kette in der ersten Reihe. Dankeschön. Mein Name ist Petra Wagner, ich bin die Vorsitzende des Behindertenbeirats von Berlin-Spandau. Ich möchte mich bei Herrn Adam sehr bedanken, weil was Sie vorhin gesagt haben, genau so sehe ich das auch, und auch an meinen Vorredner. Die Politik ist gefragt in Bezug auf Sensibilisierung von Unternehmen, KMU. Die Leute müssen begreifen, dass mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen kein Schaden entsteht, dass es kein größerer Aufwand ist. Das Problem ist es aber, die Tür zu öffnen, dass die Arbeitgeber zuhören und nicht direkt erschrecken und sagen, mit der Sache möchte ich nichts zu tun haben. Und da ist dringend die Politik gefragt. Die Verbände tun ihr Möglichstes, aber es muss, wenn ich es etwas krass formulieren darf, ein Druck, ein Muss von der Politik ausgehen, dass Arbeitgeber sich dem Thema annehmen und etwas bewegen. Dankeschön. Der Herr hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, ich bin Wolfgang Vogt, Bundesverband Konduktive Förderung nach Pettö. Einige gute Beispiele haben ja gezeigt heute, dass es sich lohnt, neue Wege zu beschreiten. Neben alten und bewährten halte ich für ganz, ganz wichtig, neue Wege auch zu beschreiten, den Mut dazu zu haben. Arbeit und Beschäftigung beginnt für mich aber nicht mit der Ist-Situation jetzt, wenn man in dem Alter ist, in Arbeit und Beschäftigung zu gehen, sondern für mich ist die Voraussetzung, früh zu beginnen. Also Kindergarten, Schule, Inklusion. Und da sehe ich doch manches mit Erschrecken, dass es bei der Inklusion um die Anwesenheit geht. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder, Jugendlichen zusammen sind. Aber wo bleibt die Förderung, die Entwicklungsförderung? Und wenn die hinten dran bleibt, wenn die nicht umgesetzt wird, die Entwicklungsförderung schon im Kindergarten, in der Schule für Kinder mit Behinderung. Und ich spreche für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene mit Körper- und Mehrfachbehinderung, die sich in der Regel nicht selbst vertreten können. Da habe ich dann ganz, ganz große Bedenken und Sorgen und Frage, wie schaffen wir es, dass die Entwicklungsförderung bewusst gesehen wird, dass sie schon in den Kindergarten und Schule dazugehört. Vielen Dank. Eine allerletzte Wortmeldung. Der Herr hat sich auch schon sehr lange gemeldet. Meine Damen und Herren, mein Name ist Frank Schenker. Ich komme aus Jena, bin Bürgermeister in Jena, war vorher 15 Jahre leitender Schulamtsdirektor. Ich sage Ihnen jetzt eine Zahl, die Sie wirklich aufnehmen sollten. Wir haben eine Integrationsquote an den Schulen in der Stadt Jena von 85 Prozent. Das heißt, wir haben alle Kinder mit Handicap Lernen im gemeinsamen Unterricht. Diese Entwicklung ist nicht entstanden, weil der Bundestag ein Gesetz verabschiedet hat, sondern weil nach der Wende die Eltern von behinderten Kindern das eingefordert hat und die Kommunalpolitik dem gefolgt ist und die Bedingungen geschaffen hat. Mein Problem, oder ich habe mich gefreut, dass die CDU das Thema aufgreift. Wir kommen in Jena an ein riesiges Problem, weil diese Kinder jetzt groß werden und von den Schulen in die Arbeitswelt drängen. Und wir schaffen, haben keine Struktur, um das zu verwirklichen. Ich will hier auch nicht bitten und danken, sondern ich sage, die Politik muss die gesetzgeberische Leistung bringen, dass die Unternehmen die Voraussetzungen haben, einstellen zu können. Ich will das jetzt gar nicht im Detail darstellen. Ich würde auch gern für die anwesenden Damen und Herren der CDU-Fraktion, vielleicht auch der SPD-Fraktion, wir haben in Jena eine Koalition von SPD, CDU und Grüne. Ich selbst bin Mitglied der CDU und wir würden gern als Modellregion zur Verfügung stehen. Zu den qualitativen Argumenten des frühkindlichen gemeinsamen Lernen will ich gar nicht darauf eingehen. Wir haben seit sechs Jahren eine Feldstudie der Friedrich-Schüller-Universität und der Humboldt-Universität. Die Ergebnisse stehen auch im Netz. Ich bin Mitglied im Schulausschuss des Städtetages, dort kommunizieren wir das auch. Also meine Forderung an die Politik, wir brauchen eine Anschlussregelung für die Inklusion in die Arbeitswelt. Dankeschön, damit würde ich dann nochmal zurückgeben, gerne. Es sind so viele verschiedene Aspekte angesprochen worden, wir können nicht alle aufgreifen, deswegen würde ich Sie zu nochmal ganz kurzem Schlussstatement bitten. Herr Adam, Sie, was sind denn die Hausaufgaben, die Sie gerne sowohl der Politik als auch den Arbeitnehmern mit auf den Weg geben würden? Also ich wünsche dem Uwe Schummer und allen Abgeordneten und allen darüber hinaus die Kraft, das zu unterstützen, was ich versucht habe in dieser Kurze heute rüberzubringen, weil das sind alles Dinge, die wir für eine inklusive Arbeitswelt benötigen, die ich für die Schwerbehördenvertretung so vehement einfordere, die nicht wehtun. Und ich konnte auch Ingo Kramer, dem Arbeitgeberpräsidenten, als wir mal die Chance hatten, mal eine Viertelstunde in Ruhe zu reden, erklären, dass wir keine Mitbestimmung und all diese Dinge wollen, die wahnsinnig viel Geld kosten, sondern dass wir ein Unterstützer des Unternehmens sein wollen in Fragen der Sozialpolitik und der Gesundheit. Das ist immer wichtig, dass man das so runterbringt, rüberbringt. Und der Ingo Kramer hat mir dann gesagt, so hat ihm das noch nie jemand erklärt. Natürlich nicht, weil es gibt viele, die reisen durch die Republik und machen nur Angst und bauen Angst auf und gibt denen keine Chancen. Wir fordern eine vernünftige Ausstattung der Schwerbehördenvertretung, dass wir auch selbstbewusst im Betrieb zu diesen Themen tätig werden können und dass wir Menschen für die Schwerbehördenvertretung gewinnen können, die auch klug sind und die dieses Thema nehmen können. Weil bei mir sehen Sie, meine Zeit ist bald abgelaufen, zumindest die Arbeitszeit hoffe ich. Aber es muss auch wieder Leute geben, die danach sich entwickeln können und es muss nicht immer so steinige Laufbahnen geben wie meinen, wo einem jahrelang was zwischen die Füße gestoßen werden. Und ich finde, dass die Gesetze im SGB IX, die super formuliert sind, Integrationsvereinbarung, betriebliches Eingliederungsmanagement, die müssen eine Rechtsfolge haben. Sonst macht da jeder mit, was er will und sagt, ja wir machen das ja im Betrieb, aber beweisen muss er es keimen und letztendlich machen sie genau das weiter, was sie früher gemacht haben. Das sind so kleine Dinge und Uwe Schumacher weiß das ganz genau und Hubert Hüppe weiß das ganz genau. Ihr habt ja selber Positionen dazu aufgestellt und wir würden gerne mit euch weiterarbeiten in dieser Frage. und ich möchte mich letztlich noch mal bedanken für die Möglichkeit hier dann teilzunehmen und ich hoffe, dass wir noch mehr Gelegenheiten haben, wenn wir sie dann benötigen, andere Kolleginnen und Kollegen von euch dann zu diesem Thema zu überzeugen. Ja, danke. Dankeschön. Frau Labrouillet, was ist Ihre Botschaft, die Sie der Politik noch mitgeben möchten? Ich glaube, dass Unternehmen ein Angebot aus einer Hand brauchen. Ich glaube, um das Potenzial von Unternehmen wirklich nutzen zu können, darf dieses Angebot nicht an institutionellen Grenzen scheitern. Das heißt, im Grunde muss es Möglichkeit zu sein, dass dieser Anbieter, sage ich mal, Unterstützer des Unternehmens sagen kann, okay, es geht um betriebsintegrierte Arbeitsplätze, es geht um Ausbildung, es geht um Beschäftigung, es geht um Qualifizierung unterhalb der Ausbildung. Wir können helfen, weil sie müssen den Blick in das Unternehmen haben. Es ist heute nicht so einfach zu sagen, ich gehe in ein Unternehmen, ich spreche mit dem Unternehmer, ich spreche mit den ganzen Mitarbeitern da. Am besten springt man in die Arbeitsbox und macht mit und kann aus dem Prozess heraus Wege entwickeln. Dann glaube ich, dass wir viele Unternehmer finden. Das heißt, Individualisierung neben den institutionellen Ausrichtungen. Alles das, was wir heute haben, ist wichtig. Es muss ergänzt werden und zwar durch einen Anbieter, der sich da 100 Prozent drauf konzentrieren kann. So was kann nicht nebenbei gemacht werden. Dankeschön. Herr Peters. Herr Pahrensma. Ja, ich habe eigentlich zwei Zielgruppen, die ihre Rechte oder diese Dinge mal anpacken müssen. Ich hoffe ganz innig, dass die Behindertenverbände und die Menschen, die behindert sind, ihre Rechte durchsetzen, dass sie mit dem Selbstbewusstsein auftreten gegenüber der Politik, das nicht nur angemessen, sondern dringend erforderlich ist, weil das, was wir heute erlebt haben, eben sehr deutlich gemacht hat, dass nicht nur ein Bedarf da ist, sondern es gibt ein Grundrecht auf Arbeit. Und dieses Grundrecht gilt für alle. Das ist unteilbar. Und ich finde, die Politik muss das endlich mal begreifen, dass sie den Weg dafür öffnen muss, dass die Menschen eben ohne Barrieren in den Arbeitsprozess hineinkommen. Die ganzen Instrumentarien müssen geschaffen werden. Das ist für mich ein Kern dieses Teilhabegesetzes, das da kommen muss. Und der Politik gebe ich ganz einfach den Auftrag, bitte packt die Dinge mal endlich lösungsorientiert und nicht problemorientiert an. Ich habe die Feststellung gemacht, weil ich eben an der niederländischen Grenze wohne, es gibt einen Mentalitätsunterschied, der die Niederländer so unglaublich erfolgreich macht in der Behindertenpolitik. Die fragen nicht immer nach den Barrieren, die da sind, sondern die setzen sich damit auseinander. Wie kriegen wir die Barrieren weg? Und das ist, glaube ich, dass dasjenige, was also in der weiteren Beratung von Politikern zu erwarten ist, dass sie sich damit beschäftigen. Vielen Dank, dann danke ich ganz herzlich den Gästen auf dem Podium, dem Publikum. Ich glaube, wir sind hier in einer gerade ganz entscheidenden Phase, die nicht nur auf rechtlicher Ebene ganz viel verändern wird, sondern hoffentlich auch auf kultureller Ebene. Machen Sie sich weiter bemerkbar und ich glaube im Nachhinein gar nicht so verkehrt, dass die Veranstaltung hier stattgefunden hat, mitten in der Halle des Paul-Löwe-Hauses, weil das auch eine andere Sichtbarkeit nochmal ist. Ich möchte die Podiumsrunde mit einem Satz von Richard von Weizsäcker abschließen, der, die er 1993 gesagt hat, nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Dass Behinderung nur als Verschiedenheit aufgefasst wird, das ist ein Ziel, um das es uns gehen muss. Und ich glaube, wir sind heute vielleicht auch ein ganz kleines Stückchen weitergekommen auf diesen noch etwas steinigen und langen Weg. Und ich möchte überleiten und danken für die Geduld, weil es jetzt doch etwas länger gegangen ist, an Frau Dr. Astrid Freudenstein. Sie ist Mitglied im Ausschuss Arbeiten Soziales im Bundestag. Sie ist vor allem die zuständige Berichterstatterin für das Teilhabegesetz und kennt aus ihrem Wahlkreis auch sehr viele Unternehmen mit inklusiven Angeboten. Bitte schön. Danke. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer an unserem Fachkongress, mir steht das Schlusswort zu, was immer eher eine undankbare Aufgabe ist, weil es ist nicht planbar. Man weiß nie, wie so eine Veranstaltung läuft. Es ist eigentlich auch alles gesagt und irgendwie wollen dann auch alle mal heim. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, dass ich jetzt versuche, alles nochmal zusammenzufassen. Ich meine aber herausgehört zu haben, dass uns doch eines verbindet, nämlich wir alle wollen mehr miteinander. Wir alle wollen mehr Inklusion und wir alle wollen mehr von dem Bewusstsein, dass anders sein dann doch ganz normal ist. und dass jeder von uns ja auch irgendwie ein bisschen anders ist. Dieses Bewusstsein trifft dann in diesen Hallen auf die politische Praxis und soll tatsächlich seinen Ausfluss finden im sogenannten eben Bundesteilhabegesetz, über das wir heute viel gesprochen haben. Dieses Bundesteilhabegesetz ist ein sehr schwieriges Projekt. Das ist ja auch hier oft angeklungen, weil viele verschiedene politische Ebenen betroffen sind und auch, weil wir sehr verschiedene Strukturen in den Bundesländern vorfinden. Und ich möchte auch klarstellen, dass es nicht unser Ziel ist, gut funktionierende Strukturen oder Gesetze niederzureißen. Was wir mit dem Bundesteilhabegesetz wollen, ist, dass wir ein modernes Gesetz schaffen, das sich an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert und das den Menschen mit Behinderungen im 21. Jahrhundert gerecht wird. Und da gehe ich ganz mit meinem Kollegen Schieverling d'accord, der sagt, es kommt darauf an, jetzt gute Lösungen zu finden, gute Kompromisse und das tatsächlich, auch wenn ich weiß, das ist manchen sehr alt, darum geht, Gründlichkeit vor Schnelligkeit walten zu lassen. Wir stehen auch vor einigen ganz neuen Herausforderungen. Es kommen weniger Menschen mit Behinderungen zur Welt, aber immer mehr Menschen erwerben im Laufe ihres Lebens durch Unfall oder durch Krankheit eine Behinderung. Das heißt, jeden von uns kann es jeden Tag auch treffen, betroffener zu werden. Wir haben auch die erste Generation Geistigbehinderter, die jetzt ins Rentenalter kommen in der Nachkriegszeit. Und wir haben die erste Generation, und auch dieses ist oft angesprochen worden, von Kindern und Jugendlichen, die inklusiv schon erzogen und beschult wurden und die jetzt selbstverständlich erwarten, dass sie auch auf dem Arbeitsmarkt inklusive Angebote vorfinden. Und hier steht uns einfach ein ganz, ganz großes Gemeinschaftsprojekt bevor. Es braucht die Politik, die dafür die Rahmenbedingungen schafft, dass der Wechsel von einer Werkstätte ins Arbeitsleben leichter wird, dass wir auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier schaffen. Es braucht aber natürlich und zuallererst die Bereitschaft unserer Unternehmer, solche Arbeitsplätze zu schaffen. Anders wird es nicht funktionieren. Und da möchte ich auch Sie bitten, einfach dafür zu werben, von guten Erfahrungen zu erzählen, aufzuklären. Sonst werden wir es nicht schaffen, den inklusiven Arbeitsmarkt. Ich wünsche mir, dass wir in zwei Jahren ein gutes Stück weiter sind. Da drüben in diesem Sitzungssaal wird dieses Gesetz eines Tages im Ausschuss beschlossen werden. Ich wünsche mir, dass wir in zwei Jahren ein Gesetz haben, das den Menschen mit Behinderungen ein Leben ermöglicht, dass sie mehr als bisher selbstbestimmt führen können. Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich für die, wie ich finde, sehr gute Diskussion und für die gute Veranstaltung. Auch bei Ihnen für die Moderation. Es ist ja nicht einfach so ein komplexes Thema bei den Organisatoren, bei Ihnen allen, die Sie von teils sehr weit hergekommen sind, um mit uns darüber zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch gute Gespräche und eine gute Heimreise. Vielen Dank. Danke schön.